Okay, was ist das Ziel des Buddhismus? Transformation. Transformation von unserem jetzigen Zustand in einen Zustand, der ganz, ganz, ganz anders geartet ist. Aus einem Zustand, wo man immer wieder in die Fänge des Leits gerät, ins offene Messer von Samsara läuft, in einen Zustand, wo einem das nicht mehr passiert und wo man nicht mehr zurückfallen kann in diesem Zustand. Und darum geht es. Am Anfang, wie kommt man in so ein Dharma-Zentrum oder was ist die Ausgangsposition der meisten, ja auch meine Ausgangsposition, ist eigentlich, dass man so eine Art Ratlosigkeit und Unklarheit über sich selbst und über das Leben hat und über seine Ziele. Es ist eigentlich nur ein Punkt, den man deutlich spürt. Das Unglück, was man empfindet, soll sich in Glück verwandeln. Also man sucht nach einer Möglichkeit, Glück zu erlangen. Buddha lehrt, das kann man, das ist zu erreichen. Leider lehrt er auch, dass das überhaupt nicht so leicht ist, dieses Endziel zu erreichen. Aber der Weg dahin und die Praxis dafür ist Gott sei Dank keine unangenehme. Also man muss nicht furchtbare und schreckliche Dinge tun, sondern im Gegenteil, die Praxis allein ist schon etwas, was mit Freude erfüllt. Leider ist es dann noch nicht so, dass die Freude, die man dabei empfindet, nicht wieder getrübt werden kann durch Leid. Das ist leider erst am Ende der Fall. Insofern hat man keinen Grund nachzulassen. Also es gibt noch kein Kopfkissen, auf dem man sich ausruhen kann. Es gibt noch keinen Punkt, wo man sagen kann, ach ja, das reicht mir schon bis hier oder so. Weil solange man immer wieder zurückfallen kann, hat man die Krankheit Samsara nicht überwunden. Worin besteht denn die Schwierigkeit? Was macht denn den Buddha Pfad so furchtbar schwer? Das Missverständnis darüber, was tatsächlich Glück bewirkt und das, was Unglück bewirkt. Das Missverständnis über die Art, wie man existiert und wie die Phänomene existieren. Also diese zwei Missverständnisse, die sind zu überwinden. Es gibt gar keine Alternative dazu. Also man kann natürlich sagen, ach, das muss ich nicht wissen, das ist nicht, wenn ich das einfach ignoriere, dann bleibt alles, wie es ist. Und weil das so ist, weil es eben auch keine anderen Mittel gibt zur Erleuchtung oder überhaupt zu einer Besserung der Situation, muss man sehen, dass in den Hauptreligionen eigentlich ganz ähnliche Grundmittel gelehrt werden. Also was lehren die meisten Religionen? Ethik, Weisheit und Weisheit ist immer gepaart mit Liebe. Es gibt keine Religion, wo man sich nur vollkommen auf sich bezieht, sondern wo immer auch der Kontext gegeben ist. Warum ist Ethik wichtig? Also warum spielt Ethik so eine ganz zentrale Rolle? Also das müssen natürlich die anderen Religionen für sich beantworten. Wir selber müssen es auch beantworten. Also was ist Ethik überhaupt? Was würde man sagen? Also worin besteht Ethik? Manche antworten, was ich nicht will, dass man mir tue, das füge ich auch keinem anderen zu. Das ist so die Grundethik. Also andere leiden lassen aus egoistischen Motiven. Wieso haben wir da so ein Gespür dafür? Ist das anerzogen, dass wir sagen, ja, töten, stehlen und so weiter ist nicht gut? Es gibt eine indische Richtung, die haben gesagt, das ist nicht sicher, ob das tatsächlich irgendwelche Auswirkungen hat. Also die Charvakas, das war eine indische Denkrichtung, die nicht lange Bestand hatte, muss man dazu sagen. Bei dem, was sie verkündet haben, wundert einen das auch nicht. Die haben halt eher argumentiert, da man nur dieses eine seltsame Leben hat, sollte man eigentlich nur so viel Genuss und Freuden rausholen, wie irgendwie geht. Und das möglichst ohne Rücksicht auch verlustet. Akklusive Hedonisten. Ja, in der Art. Also was ist schön, also so viele nette Partner haben, wie es irgendwie geht. Wenn man das noch irgendwie hinkriegt und wenn man nicht erwischt wird, kann man auch unethisch handeln. Es sei denn irgendwie, die Mehrheit ist gegen einen. Man muss aber alle Umstände so nutzen. Also im Grunde muss man eine Art Ellenbogengesellschaft leben und daraus als der Stärkste hervorgehen. Untermentalität. Ja, also so in der Art. Was könnte man dagegen sagen? Also wenn man etwas praktiziert, so wie Ethik, muss man sich klar darüber sein, warum man das tut. Also das ist ganz wichtig, dass man nicht einfach sagt, das habe ich aber so gelernt, dass Stehlen und Lügen schlecht ist. Und deshalb mache ich das so. Sondern man muss schon darüber nachdenken, warum man das tut. Und man wird feststellen in sich, wenn man meditiert und nachdenkt, dass wir da Affinitäten haben. Vieles ist Sozialisation. Also es gibt Gesetze, die dumm sind und die nicht mit dem, was man Wirklichkeit nennt, einhergehen. Also wenn man zum Beispiel ein Gesetz erließe, dass Jungs blaue Schuhe anziehen müssen und Mädchen rosa Schuhe, dann ist das kein Gesetz, was in der Wirklichkeit Bestand hat. Also wir haben ein Empfinden dafür, dass das nicht unbedingt der Kosmos so sich vorgestellt hat oder sowas. Also dass das nicht eine tiefere Wirklichkeit, die mit uns zu tun hat, hat. Andererseits, wenn wir Menschen sehen, die ethisch handeln, wenn wir mit Menschen zusammen sind, die eine ganz klare ethische Ausrichtung haben, verändert sie das. Und es verändert auch uns, mit solchen Menschen zusammen zu sein. Also es ist absolut wohltuend, mit solchen Leuten zusammen zu sein. Also man kann das in der Praxis tatsächlich fühlen und spüren. Also wenn man sieht, dass jemand nicht lügt, sondern die Wahrheit sagt und das auf eine mitfühlende Art und Weise, wenn man sieht, dass jemand sich nicht unnötig bereichert, dass er nicht korrupt ist, dass jemand anständig und ehrlich ist, das ist ein Geruch, der wohltuend in alle Himmelsrichtungen sich verteilt, heißt es in den Schriften, also der braucht kein Parfum, das nur eine Windrichtung hat und nur da zu riechen ist, sondern neben so jemandem zu sitzen, ist das sehr, sehr angenehm. Und was eben ganz, ganz wichtig ist, Ethik ist ein Erkenntnismittel. Wenn ich tiefere Erkenntnis gewinnen will, brauche ich reine Ethik. Dann muss ich wissen, dass ich Ethik einhalten muss, sonst komme ich nie zu tieferen Einsichten. Warum? Weil unethisches Handeln den Geist aufwühlt. Es wühlt das Bewusstsein aus. Unethisches Handeln sorgt dafür, dass Verblendung zunimmt, also das, was wir als Verblendung bezeichnen. Wir müssen uns ja immer versuchen, hinter den Begriffen wie Verblendung und so weiter stecken Realitäten. Es ist nicht einfach nur ein Wort, das irgendwas bezeichnet, sondern das sind ganz klare Realitäten in unserem Geist. Und Ethik ist deshalb so wichtig, weil ohne Ethik hat man überhaupt keine Basis für Wurzeln positiver Erkenntnisse. Die macht man sich automatisch damit kaputt. Wir haben ein Gespür dafür. Also wenn wir predigen, dass man Liebe üben soll zum Beispiel, dann könnte man ja auch sagen, wozu undankt ist der Weltlohn, warum soll ich die alle lieben? Das bringt doch gar nichts so ungefähr, da vergebe ich mir nur was. Im Grunde. Das ist eine Argumentation vieler. Aber wenn wir uns beobachten, wenn wir zum Beispiel andere beim Tun liebevoller und gütiger Taten sehen, das lässt uns nicht kalt. Also der nette Ajan Brahm, der hat mal das folgende Beispiel gegeben. Gruseliges London, November, übel kalt, ganz grässliches Wetter. Und zwei thailändische Mönche aus dem schönen Thailand waren also in so einem Londoner Vorort verbannt und mussten da ausharren für die Gemeinde. Und dann guckten sie etwas missmutig des schrecklichen Wetters morgens früh aus dem Fenster und sahen im Hauseingang gegenüber einen obdachlosen, frierend sitzen, der da so zusammengekauert war, ein alter Mann, in Lumpen und verwahrlost. Und aus der Haustür trat einer im schicken Anzug mit Bowler, Schirmchen und Ackentasche und ging da gerade so vorbei, offensichtlich auf dem Weg zur Arbeit, guckt zur Seite, sieht ihn da sitzen, geht ein paar Schritte weiter, dreht sich nochmal um, geht dann zu dem hin, spricht ihn an und hebt ihn dann liebevoll auf und geht mit ihm drei Häuser weiter, da war eine Frühstücksstube und dann sieht man, wie er dem Mann zum Aufwärmen erstmal ein leckeres Frühstück spendiert. Und schon, wenn ich das nur erzähle und man sich das bildlich vorstellt, hat man ganz angenehme Gefühle dabei. Also es ist so, wie es sein sollte, wie die Welt sein sollte. Und nur diesen liebevollen Akt sich vorzustellen, bewegt was im Herzen. Und so ist das ja auch. Also die größten Wohltäter der Menschheit oder die, die uns immer noch im Gedächtnishaften sind, das sind ja die, die Liebe praktiziert haben und das auch gegen sich selbst. Also diese Gefühle von Liebe und die Kraft von solchen Taten, schon wenn man nur davon hört, spürt man ihre Kraft und die spürt man in sich selbst, wo sonst. Also die Kraft schlägt sich nicht nieder an Wänden und Fenstern oder sowas in der Art, aber bei uns im Geist, im Herzen bewirken solche Taten immens viel. Alles Gute tun, tut das. Nicht nur unser eigenes Gutes tun bewirkt so eine positive Geisteshaltung in uns, sondern völlig ungetrennt. Alle guten Taten anderer bewirken in uns etwas Gutes. Und unsere eigenen Taten natürlich noch viel mehr. Und deshalb ist es so wichtig als Praxis, das Wertschätzen der guten Taten. Alle, die angehäuft wurden, zutiefst wertschätzen. Also sich dieser Taten bewusst werden, wenn andere etwas Gutes tun, sofort mit einfallen und sagen, wunderbar, loben und Anerkennung zollen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Hilfsmittel im Buddhismus, dass man sich dazu erzieht, das zu bemerken, das zu sehen, sich darüber zu freuen und es zutiefst gut zu heißen. Anumodana heißt das auf Sanskrit. Steht schon auf den ältesten Stiftungstexten. Dann steht immer der Name derjenige, der es gestiftet hat. Dann, was er gestiftet hat, 150 Kühe für den Sangha. Und da steht da drunter, stehen dann die Namen derjenigen, die dabei stehen und sich darüber gefreut haben. Und die werden dann auch aufgeschrieben, damit sie das gleiche Verdienst bekommen. Es steht dabei der Kutscher, der Kellner und was weiß ich nicht noch mit Namen, Shudodana und Ravan. Was sehr nett ist, das sind dann die Anumodanas, diejenigen, die sich mitfreuen. Anumodana, Modana heißt freuen, sich freuen. Und Anumodana, die sich mitfreuen. Also es ist sehr lustig, dass man das schon liest, aber das spielt eine ganz wichtige Rolle. Es ist eine uralte buddhistische Praxis, sich mitfreuen über das Gute, was andere tun. Und damit, das ist die billigste Art, positive Potenziale anzuhäufen, ohne dass man nur einen Finger krumm macht. Man muss eigentlich nur daneben sitzen und sich ernsthaft darüber freuen. Die Alltagssituation in Berlin ist ja eher die S-Bahn und die Frage nach der Spende. Ja, die ist mir auch gleich eingefallen. Die meisten gucken halt weg und wenn ich was gebe, ich habe nicht den Eindruck, dass sie sich mitfreuen, sondern eher so ein schlechtes Gewissen dreut. Ja, dann sind sie leider nicht über diese Praxis informiert. Also es kann ja sogar sein, das zeigt ja einfach diese Dunkelheit, die in unserem Geist traurigerweise herrscht. Dass wir sogar eifersüchtig sein können auf jemanden. Der gibt was, der hat's auch und so weiter und so fort. Ja, der ist der bessere Praktizierende, ich weiß noch nicht so viel. Der weiß das schon, blöd Mann und so weiter. Also wir sind so verblendet, dass wir manchmal solche Art von Gedanken haben. Ich habe es jetzt absichtsvoll ein bisschen übertrieben, aber wir stehen in einem ständigen Wettbewerb zueinander und anstatt irgendwie das Positive zu teilen, ist es dann so, dass wir uns immer, wenn der andere was Gutes macht, eher minderwertiger fühlen. Wieso ist der schon weiter? Der macht sich nur wichtig. Da muss man gegen anarbeiten. Aber was du jetzt gerade beschreibst, also das ist ja praktisch so eine innere Übereinstimmung, die ich ja dann mache mit dieser Person. Wie, wenn du dich mitfreust? Das heißt, ja, oder jetzt im negativen Fall jetzt. Also wenn ich jetzt praktisch mit jemandem Kontakt aufnehme und ich gehe davon aus, dass diese Person mir gegenüber negativ eingestellt ist, dann ist das schon eine innere Übereinstimmung. Das heißt also, wenn ich jetzt praktisch sage, wie hast du es jetzt gerade gesagt, also ich bin jetzt neidisch oder eifersüchtig auf diese Person, weil die jetzt so was Gutes tut. Ich meine, ich kann auch nicht wissen, was diese Person gerade denkt, die jetzt gerade spendet. Ja, nee, da geht es ja auch wirklich um das, was man eher so empfindet. Das ist ja noch eine Größe nach, die Projektion hoch drei. Ja, ja klar, aber wir bestehen aus Projektionen. Das ist ja keine Frage. Also jeder hat so seine eigenen Projektionen. Also ich sage ja jetzt nicht, dass jeder so empfindet, aber viele empfinden so. Und Hand aufs Herz, man wird sich manchmal in ganz umnachteten Sekunden sogar selber bei sowas erwischen. Wenn dir irgendwas wichtig ist und du irgendwas erreichen willst, wir geraten immer wieder in dieses widerwärtige Wettbewerbsfahrwasser. Das haben wir alle zutiefst eingewoben. Und deshalb sind diese Praktiken, dass man sich mitfreut über das Gute der anderen so wichtig. Mitleid ist auch wichtig, kann aber auch ganz schnell in Arroganz münden. Wenn ich aus Mitleid jemandem was gebe, dann kann ich das auch so tun, ja, ich kann nämlich, weil ich so stark und toll bin und so reich, gebe ich dir jetzt den Euro da in deinen Hut und so weiter. Und das ist natürlich eine hässliche Geisteshaltung, zählt zu Stolz und ist halt, es geht nicht darum, das ist schlecht, dass du das machst oder sowas in der Art, sondern es ist ein Hindernis. Es hilft dir nicht weiter, du kommst nicht voran, wenn du so denkst. Es geht nicht darum, irgendwie jemandem Sündigkeit oder sowas vorzuwerfen, sondern man will doch was erreichen und so packt man sich selber die Bremse rein. Und das ist ja eben kontraproduktiv. Und das will man ausmerzen. Und deshalb ist es eben so ganz wichtig, dass man, wenn man, wenn man gibt, das wirklich mit einer aufrichtigen Motivation der Großzügigkeit zu tun. Denn die entscheidet darüber, ob das wirklich eine gute Tat ist oder nicht. Wenn man gibt, um dann von den anderen Respekt zu bekommen oder damit die anderen einen lieben oder damit die anderen, also wenn man überhaupt irgendwas erwartet in puncto von, dass man was zurückkriegt, ist es nicht wirkliche Großzügigkeit. Du sprachst gerade an Mitleid. Teilweise wird auch diskutiert, ist Mitgefühl und Mitleid das Gleiche oder nicht? Also wichtig ist, dass du weißt, was gemeint ist. Aber wie passt das, die Vokabel Mitgefühl in diesem Fall auch da rein? Also gerade wenn es darum geht, etwas anderes als Gegenleistung zu erwarten. Also es gibt da keine scharfe Begrifflichkeit, schlagst du im Lexikon nach, diese Begriffe und du wirst ganz unterschiedliche Dimensionen finden, so wie es der Verfasser irgendwie gerade hingekriegt hat. Wichtig ist, dass Mitgefühl und Mitleid ist im Grunde wirklich alles dasselbe. Es geht darum, dass du über deinen Tellerrande rausguckst und ein Empfinden dafür hast, wie es dem anderen geht. Und dass deine Grundhaltung immer die ist, dem anderen einen liebevollen Blick zu schenken, dem anderen in jeder Form nutzen zu wollen. Das ist die Mahayana-Handlung. Ist das Empathie? Es ist mehr als das. Empathie ist einfach nur, dass du das mitfühlst. Aber ein Schritt weiter ist die Bodhisattva-Haltung, dass du sagst, ich übernehme Verantwortung. Dieser Mut zu sagen, ich helfe dir. Also ich, auch wenn du jetzt mir böse kommst, also es gibt ja sehr aggressive Hilfsbedürftige und so weiter und so fort, ich lasse mich davon gar nicht aus der Ruhe bringen, weil die Welt ist so, wie sie ist. Und wenn wir nicht alle mal anfangen, was anderes zu denken und anders zu reagieren, dann wird sie auch so bleiben. So, warum? Also ich habe das verstanden, dann muss ich auch anfangen, es zu praktizieren. Das ist so ein Schritt drüber hinaus. Der erste Schritt ist natürlich Empathie, dass man sagt, oh, wie geht es dem anderen überhaupt? Also, dass man nicht nur mit Scheuklappen vor seinem Brei sitzt, sondern dass man auch sieht, wie es dem anderen geht. Das kann ja ganz schnell passieren. Man sitzt fett in der U-Bahn und sieht gar nicht, dass da vielleicht ein älterer Mensch dringend einen Sitzplatz braucht, also weil man eben unaufmerksam ist oder sowas in der Art. Also solche Dinge passieren. Das ist nicht mal böse Absicht, sondern es ist einfach Ignoranz. Es ist ein Stück Unachtsamkeit und das alles muss man in die Zange nehmen. Und deshalb, warum ist das alles so wichtig? Es sind alles Erkenntnismittel. Also, wenn man den Geist so in die Zange nimmt, bekämpft man sein Unglück. Denn das ist ja etwas, was man bei der Praxis schon feststellt. Man sät die Wurzeln des Glücks mit sowas. Also, wenn man so denkt und so handelt, wird man automatisch selber sehr viel selbstbewusster und sehr viel glücklicher. Viele haben ja Angst vor solchen Praktiken, weil sie sagen, oh, dann bin ich jedermanns Blödmann oder sowas in der Art. Dann können die ja, die schubsen mich ja alle rum oder sowas in der Art. Das stimmt aber nicht. Wenn man diesen Mut aufbringt, das mal in Kauf zu nehmen, wird man feststellen, dass man eine ganz andere Selbstsicherheit gewinnt, als die, das ist mein Platz, ich war da zuerst. Also, das ist keine Selbstsicherheit, sondern es ist ein ständiger Kampf, ein ständiges Genervtsein. Während wenn man diese Tonglen-Praxis, dieses Austauschen des Egos mit dem Selbst der anderen vornimmt, entwickelt man ein nicht mehr mobbares Selbstbewusstsein. Also, wer so ist, der kann ja nicht mehr gemobbt werden, einfach weil er eine ganz andere Ausrichtung auf die Welt hat. Er muss nicht immer Angst haben, dass er schlecht angesehen ist oder nicht. Das alles fällt automatisch weg, aber dazu kommen wir dann weiter auch noch. Wenn man einen spirituellen Weg geht, jeder spirituelle Weg, ob es nun das Christentum, der Islam oder der Buddhismus ist, hat natürlich haufenweise Rituale und Zeremoniegegenstände und so weiter und so fort. Und in der Aufzählung der zehn unheilsamen Handlungen steht ja am Schluss, ein Problem ist eben, eine falsche Sichtweise zu gewinnen. Falsche Ansicht ist eine unheilsame Handlung. Und ein Teil der falschen Ansicht besteht eben darin, dass man Rituale und den äußeren Firlefanz, das Dama-Spielzeug, für wichtiger hält als das Eigentliche, worum es wirklich geht. Also wenn man zu großen Respekt hat vor bestimmten Zeremonien oder einer bestimmten Kleidung, die man dann anhaben soll oder sowas in der Art, es gibt ja haufenweise so Vorschriften, das ist ein Hindernis. Also da macht man was falsch. Wenn man so praktiziert, kommt man nicht weiter, denn das polstert wieder das Ego. Was ist so schlimm daran, das Ego zu polstern? Es macht unglücklich und es beruht nicht auf Wirklichkeit. Das ist das Ding. Also man hat ein Ego und mit dem darf man ruhig liebevoll umgehen. Ist okay. Also dem darf man was gönnen und so weiter. Das ist nicht der Punkt, dass man das Ego jetzt niedergeißeln soll oder sowas in der Art. Oder das Ich, das ist schon da und das hat seine Bedürfnisse und auch seine Rechte, muss man schon Rechnung tragen, aber das eben in einer ganz anderen Art und Weise, als man das gemeinhin tut. Nicht in dieser ängstlichen, anhaftenden und krampfhaften Art und Weise. Und es geht ja darum, diese falsche Ansicht des Ego-Greifens zu beseitigen und in eine richtige Art der Ego-Realbetrachtung sozusagen zu verwandeln, des realen Wissens um das, was dieses Ich eigentlich ist und was die Phänomene. Da geht es hin. Das steht am Ende. Und wie wir da hinkommen, darüber reden wir gerade. Also, womit man anfängt, ist halt erst mal eine Grundlage zu legen. Durch Praxis der 10 heilsamen Handlungen und vermeiden der 10 unheilsamen Handlungen. Die 10 heilsamen ist das genaue Gegenteil der unheilsamen Handlungen. Habt ihr alle wahrscheinlich schon zigfach durchgenommen, was die 10 unheilsamen Handlungen sind. Naja, vielleicht die Leute, die jetzt nicht so versiert sind. Alles klar. Also, ich meine, auf welchen Ebenen kann man überhaupt handeln? Man kann mit dem Körper was machen, man kann mit der Rede was machen und man kann mit dem Geist was machen. Also, das ist die grobe Einteilung. Also, bei allem was man tut, ob mit dem Körper, mit der Rede oder mit dem Geist, soll man anderen und sich selbst nicht schaden. Das ist sozusagen so die grobe Summenformel. Und was kann man mit dem Körper alles so Schlimmes machen, was unheilsam ist? Töten, sexueller Missbrauch, auch Fehlverhalten, sowas in der Art. Genau, ja, die kriegen wir schon zusammen. Oh ja. Stehlen, das sind die drei. Also, nicht gegebenes Nehmen, das ist Stehlen. Nein, das ist Rede, sorry. Und dann kommen die vier der Rede. Da sieht man mit dem, also da gibt es gleich vier, die aufgezählt werden. Mit der Rede kann man sehr viel Unheil stiften. Da ist grobe Worte, also grobe Beleidigungen und Anschuldigungen und sowas. Zwietracht, Säen, Lügen natürlich. Das sind so wirklich ganz, ganz, ganz entscheidende Punkte. Und dann der etwas harmlosere Punkt, nicht, wie soll man sagen, plappern, schwätzen, so ungefähr, sinnlose Rede führen. Also, warum? Weil man sehr schnell damit Negatives anhäuft. Also, man soll jetzt nicht jeden kleinen Tratsch vermeiden, aber man kennt das ja, dann redet man und redet man und wie schnell drehen sich Gespräche wieder über die Fehler anderer und bla bla bla. Und dann häuft man sehr viel Negatives mit der Rede an. Also, man muss mal in Gesprächen wirklich untersuchen, wie schnell man dazu kommt, dass man schlecht über die anderen redet, also, was die anderen alle falsch machen und wie doof die sind und was weiß ich nicht noch oder was der wieder gemacht hat und die wieder gemacht hat. Viele Gespräche drehen sich wirklich hauptsächlich um das. Also, das sagt auch schon Patrullerin Putsche, ja, ja, sprechen, sprechen, sprechen und immer nur über die Fehler der anderen im Grunde, wie viele Bestandteile sind davon. Man kann mit der Rede so viel Gutes tun, indem man andere ermutigt, auch sich selbst ermutigt zu Guten und so weiter und so fort. Also, das Gegenteil von all diesen Sachen praktizieren, das wäre das Heilsame, was man mit der Rede machen kann. Dann gibt es noch die geistigen Faktoren, Faktoren, die eigentlich überall in diesen körperlichen und sprachlichen Handlungen stehen. Und da kann man zwar kurz subsumieren, Gier, Hass und Verblendung, aber eigentlich sind die Worte so stark. Was ist Gier? Gier bedeutet halt tatsächlich ein sehr starkes Anhaften an Objekten, die man begehrenswert findet und um jeden Preis haben will. Das ist etwas, was einem nicht weiterbringt. Das ist jetzt nicht so, dass jemand anders darunter leidet, aber es führt ganz schnell dazu. Und vor allem, das ist etwas, wo man selber darunter leidet. Also, wie heißt es in den vier edlen Wahrheiten? Das, was man sich wünscht, jenes Ersehnte nicht zu bekommen, ist leidvoll. Das ist ein sehr leidvoller Zustand. Daraus entsteht Frust und Hass. Und Hass ist eben ebenfalls ein Erkenntnishindernis, schädigt direkt andere, selbst wenn die das gar nicht mitkriegen, dass man sie hasst. Die Schädigung ist hauptsächlich in einem drin. Also, man will den anderen, man würde sich ja noch darüber freuen, wenn es denen schlecht geht, denen, die man hasst. Ist ein unheilvoller Geisteszustand, fühlt man sich auch nicht sehr wohl damit. Also, es kann manchmal so ein befriedigtes Rauschen geben, wenn demjenigen, den man hasst, was Schreckliches passiert oder sowas oder irgendwie ein Nachteil entsteht oder sonst irgendwie. Das sind so die Untiefen eines an Samsara gewöhnten Geistes. Also, das ist absolut negativ und wird sehr viel Unglück bringen. Also, man macht sich damit, weiß Gott, nicht glücklicher. Das ist so ein kurzes, sinnliches, ein sinnlicher Rausch, ein Rauschgefühl, den man für Glück hält, wenn man das hat. Aber der ist wie alles Samsarische, immer mit Leiden behaftet und wird auch wieder zu noch mehr Leid führen. Das Schlimme ist, dass, wenn man diese negativen Handlungen praktiziert, man im Geist quasi immer wieder Samen der Gewohnheit anhäuft und es wird einem das nächste Mal noch leichter passieren. Also, früher gab es ja mal den Psychologen, Rath, lass den Ärger raus, lass ihn freien Lauf und mach was irgendwie. Das ist ganz, ganz kontraproduktiv. Heute ist man davon auch ab, weil es wird das nächste Mal nur schlimmer. Also, die Schwelle, dass man ärgerlich wird und so weiter und so fort, die wird enorm runtergesetzt durch die Gewohnheit daran. Und das Schlimme ist, dass man das auch noch mit in die nächsten Leben mitnimmt und diese Gewohnheitstendenzen rauszukriegen, das ist genau das, woran wir hier arbeiten und was uns so viel Mühe macht. Und jeder hat da seine eigenen Gewohnheitstendenzen, jeder hat da seine ganz spezielle Prägung und muss selber gucken, welche am schlimmsten ist. Und die, die am schlimmsten ist, mit der muss man anfangen, die zu beseitigen. Da muss man gucken. Okay. Und Verblendung, das habe ich schon gesagt, das ist so die urfalsch eingestellte Schraube. Eben Verblendung, vor allem in Bezug auf die Realität, wie man selber existiert und wie die Dinge existieren und die Verblendung in Bezug auf, dass man Äußerlichkeiten für wichtiger hält als die eigentliche Arbeit am Geist. Okay. Also, wenn man jetzt ethisch handelt, ist das so, als ob man ein aufgewühltes Wasser zur Ruhe bringt. Also in einem aufgewühlten Wasser kann man sich nicht spiegeln. Wenn das Wasser ruhiger wird, dann reflektiert es auch mehr, dann sieht man klarer. Deshalb ist das so wichtig. Wie muss man dann weiter vorgehen? Liebe praktizieren, habe ich schon gesagt. Warum? Um das zu verstehen, warum man das alles machen soll, muss man natürlich Wissen erwerben. Also man muss wissen, woraus bestehen die ganzen Übungen, die man machen soll, als Buddhist oder überhaupt. Und da gibt es ja unzählige Hilfsmittel und Lehren, die der Buddha gegeben hat. Also man sagt immer 84.000, aber eigentlich sind es ja grenzenlos, weil es eben auch grenzenlose Bedürfnisse bei den Wesen gibt, gibt es auch grenzenlose Hilfsmittel. Es gibt also sehr viel Hebamendienste mit diesen Mitteln. Und die sind für jeden Geschmack eigentlich maßgeschneidert da, aber suchen muss man sie schon selber. Also man muss sich auf die Suche begeben, zum Beispiel in so ein Dharma-Zentrum gehen und Vorträge zuhören oder wenn es sich Leute suchen. Also das bleibt einem nicht erspart, diese Arbeit. Hindernisse dabei sind durch das alte Karma gegeben. Also wir haben einfach in dieser Existenz seit anfangsloser Zeit alles Karma auf dem Puckel. Und das kommt immer wieder zur Reife. Und wenn es zur Reife kommt, ergeben sich Situationen, die wir meistens bei negativen Karma als sehr unangenehm empfinden. Bei positiven empfinden wir sie als angenehm. Also das Glück resultiert aus positiven Karma. Was wir empfinden, das Leid aus negativen Karma. Beides haben wir zuhauf in unserem Kontinuum und mal so, mal so schlägt es sich nieder. Und das ist so, wo zwischen den beiden Polen eiert man hin und her. Und der ganze Zustand ist ein unheilvoller. Man muss aber noch tiefer gucken. Man muss begreifen, wie stark die ganze Sicht auf die Welt von diesen Potenzialen im Geist bestimmt ist. Also was lehrt der Buddha? Was sind wir überhaupt? Was ist die Person? Haben wir alle schon gehört? Das, was wir hier so sind, wird unterteilt in fünf Bereiche. Also jeder von uns hat diese fünf Bereiche, die sogenannten fünf Skandas. Davon sind wir sozusagen eine Zusammenhäufung. So heißt das so schön. Das ist so theoretisch. Wie kann ich mir das vorstellen? Was habe ich? Also das Erste, was mir an mir auffällt, ist, ich habe irgendwie eine Form. Das lässt sich noch leicht nachweisen. Form ist A. Gut. Dieses Aggregat heißt Name und Form, weil man auch in Bereichen wiedergeboren werden kann, wo man keine Form hat. Die formlosen Bereiche. Da hat man nur eine Benennungsgrundlage. Was weiß ich, da ist man ein Energiewölkchen oder sowas und hat eine unsichtbare Form. Und deshalb ist es eine Benennungsgrundlage, der man noch einen Namen, man kann dem Ding noch einen Namen geben, aber eine Form hat es nicht. Aber es ist schon irgendwie eine Abgrenzung gegenüber der Umwelt. Also wir sind nicht grenzenlos, sondern wir haben eine Abgrenzung. Es ist begrenzt, was wir sind. Das ist ganz wichtig. Wir sind nicht unbegrenzt im Raum, sondern wir haben eine Begrenzung. Nächster Punkt. Wir müssen ja irgendwie mit unserer Umwelt reagieren. Also brauchen wir Sinne. Auge, Nase, Oben, Mund und so weiter. Und da sind nicht mal jetzt diese fertigen Organe gemeint, sondern überhaupt schon das, was man mit Sinnesquellen übersetzt. Also die Anlage zu Sinnesorganen. Also zur Kommunikation mit der Umwelt, zu Kontakt mit der Umwelt. Die lässt uns mit dem, was die Außenwelt ist, reagieren. Das braucht eine Person, sonst ist sie keine Person. Also so ein Tisch hier, der hat keine Sinnesorgane, der hat das nicht. Und was braucht es noch? Es braucht Bewusstsein. Also es müssen einem die Dinge auch zu Bewusstsein kommen. Wenn man nicht nachdenken kann über die Dinge und in keinster Weise sie bewusst verarbeiten kann, ist man keine wirkliche Person. Deshalb sind Pflanzen keine Personen, weil sie kein Bewusstsein haben. Pflanzen haben auch Anlagen, dass sie mit der Umwelt reagieren. Das haben sie. Und sie haben Lebenskraft in sich, klar. Aber sie haben kein Bewusstsein. Ja, natürlich. Die haben Sinnesbewusstsein. Ja, ja, ja. Also das mag eingeschränkt sein, aber Tiere haben ein Bewusstsein. Das ist natürlich auf einem anderen Niveau als unser Bewusstsein. Also wenn, das hat man Chungpo-Gyalton, Rinpoche so hübsch gesagt, also wenn hier ein Knochen dran, mit Fleisch dran ist und einen 500-Euro-Schein und ein Hund würde beides sehen, ist schon klar, was der Hund wählen würde, nicht wahr? Der würde nämlich den Knochen nehmen. Während wir natürlich etwas klüger sind und sagen, für diesen 500-Euro-Schein wünschen wir aber unendlich viel mehr. Aber das würde den Hund, der ist leider mit Dummheit geschlagen, was das anbelangt. Aber dass da was für ihn ist, was reizvoll ist, das kommt ihm schon zu Bewusstsein. Und man kennt ja all diese Tierexperimente, um Intelligenz zu testen und auch Affen oder höheren Lebewesen macht es Spaß, nicht nur wegen Belohnung irgendwie Rätsel zu lösen, sondern das machen die auch, weil es Spaß macht oder sowas. Da ist schon Bewusstsein da, es funktioniert nur auf niedrigem Level. Das ist auch interessant zu sehen, dass das wirklich so ist, was uns da auszeichnet. So genau kann man das noch gar nicht sagen. Und es gibt ja noch Bereiche, wo die noch höhere Bewusstseinsformen haben, die wir jetzt uns gar nicht vorstellen können, wird behauptet. Interessante Hypothese, also für uns, die wir das ja nicht so ohne weiteres nachprüfen können. Aber wir sehen natürlich deutlich im Tierbereich andere Bewusstseinsformen, aber es ist zumindest Bewusstsein vorhanden. Das macht ja das Menschsein so kostbar, dass man doch ein relativ höherwertiges Bewusstsein hat. Okay, das allein macht jetzt die Person immer noch nicht aus. Ein Bestandteil des Bewusstseins, ein Aggregat, das sehr wichtig ist, was Tiere auch haben, was alle anderen Personen und Lebewesen auch haben, ist das, was man auf Sanskrit Uwderna nennt. Das ist so ein Unterscheidungsvermögen und zwar ist das relativ begrenzt, dieses Unterscheidungsvermögen. Es geht nur um die Unterscheidung, mag ich, mag ich nicht, ist mir angenehm, ist mir nicht angenehm. Will ich, jawohl, prima, gut, schön, oder um Gottes Willen, los, nicht weg. Also zwischen diesen beiden Ausschlägen funktioniert das. Diese Art von Bewusstsein, das man Uwderna nennt. Das allerdings wiederum ist von dem fünften und wichtigsten Skanda abhängig und das sind diese karmischen Bildekräfte. Die karmischen Bildekräfte sind der Schmierstoff, der das ganze Ding zusammenhält. Der auch, der ist sozusagen die Feineinstellung von allem, wie wir die Welt wahrnehmen, wie unsere Sinne funktionieren, wie überhaupt unsere ganze Persönlichkeit die Umwelt wahrnimmt, ist getrübt und gefärbt durch diese karmischen Bildekräfte. Das sind dynamische Potenziale, das heißt, die sind nicht einmal da und für immer drin. Nichts an diesen ganzen Skandas ist für einmal da und für immer drin, sondern die sind alle dynamisch. Also so wie ein Samen unter seinen Bedingungen wachsen muss und reifen muss, so ist das bei denen auch. Also die Bedingungen, dass die wachsen und reifen, sind immer da. Die mögen sich ändern und deshalb kommt es mal mehr oder mal weniger zur Reifung. Das ist ja überhaupt der Ansatzpunkt, an dem man mit der Praxis anfängt. Wenn wir am Anfang hier unser negatives Karma bereinigen und sogar Taten, von denen wir überhaupt keine Ahnung haben, ob wir die jemals begangen haben, sozusagen bekennen, also man bekennt ja pauschal für die vergangenen Leben und so weiter und so fort, dann hat das den Zweck, die Auswirkungen dieser karmischen Samen zu begrenzen. Wenn man natürlich dann noch ordentlich gute Kräfte ansammelt, dann hat das ebenfalls die Auswirkung, dass alles Negative nicht wirklich wachsen kann. Man entzieht dem Wachstum dieser negativen karmischen Potenziale die Grundlage. So die Theorie. Spürt man das denn auch? Muss man mal durch Meditation versuchen zu verifizieren. Also im Melinda Panja, da fragt ja der König Melinda den weisen Mönch Nagasena genau das und der erklärt ihm das so, wenn ich in so ein Glas, in diese Menge Wasser, einen Teelöffel Salz reinkippe, dann kann ich dieses Wasser nicht mehr trinken, ohne dass mir schlecht wird. Wenn ich aber einen Teelöffel Salz in einen großen Fluss, in den Gangestrom, reinkippe, macht das diesem Riesenausmaß an Wasser überhaupt nichts aus. Und so ähnlich verhält es sich damit, wenn das Wasser das gute Karma ist und es durch Salz schlechtes Karma quasi mit dem zusammengefügt wird, dann ist es bei einer so geringen Menge Wasser von großer Erheblichkeit, während bei einer Riesenmenge von Wasser wäre es einfach völlig unerheblich. Und deshalb ist es so wichtig, dass man so viel gutes Karma, diese guten Potenziale ansammeln. A, weil sie ein Erkenntnismittel sind und B, weil sie automatisch die Auswirkungen negativer Taten total begrenzen. Leider ist es bei Karma nämlich nicht so Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern Karma hat die Tendenz anzuwachsen. Das heißt, dass aus sehr kleinen guten Taten, wie eben mal mitgefreut, sehr viel Glück erwachsen kann, also auch an samsarischen Glück natürlich. Und aus kleinen negativen Taten kann furchtbares Leid erwachsen, wenn man dem keine Regel vorschiebt. Karma ist so wie Plus- und Minus-Magneten, behindert sich sozusagen oder beschränkt und begrenzt sich gegenseitig. Muss man wissen, wenn man das nicht weiß, dann könnte man ja denken, ich kann machen, was ich will. Und man muss natürlich durch Meditation in sich selber erfahren, ob da was Wahres dran ist. Also was man am Anfang der Praxis betreibt, das nenne ich immer, das ist eigentlich, wie sind wir hier alle hierher gekommen, zur Wiedergeburtsvorsorge. Keine Versicherung. Genau, wir müssen uns um unsere Wiedergeburt kümmern. Die muss positiv sein, die sollte am besten in den höheren Bereichen stattfinden, weil sonst häufen wir haufenweise dämliches Karma an und kommen da nicht raus, weil uns das Bewusstsein fehlt, dagegen zu steuern. Und das alle haben wir ja auch schon seit unendlichen Zeiten gemacht. Und das kann auch noch ewig so weitergehen, wenn da nicht auch gutes Karma ist, was irgendwann mal zur Reife kommt und vielleicht auch über die Tat hinaus, die mal vielleicht nicht so besonders war. Also es gibt dann in den Schriften immer die schönen Beispiele, dass eine Fliege mal um ein Stupa geflogen ist und deshalb hat es Karma gereicht, aus dieser Existenz rauszukommen und so weiter und so fort. Also es gibt immer sehr hübsche Sachen. Deshalb baut man überhaupt sowas wie Stupas und füllt die Buddha-Statuen damit diese Segenskraft Karma induziert. Die sind so wie so Atomkraftwerke von gutem Karma und wer da rankommt wird positiv verstrahlt. Also man die viele einfangen irgendwie Stupa rum. Ja, natürlich. Lama Sopa macht das immer. Da gibt es ein herrliches Video im Internet, wie er um die Reliquie in so drei Spinnen, die sich da verirrt und in so einem Tuch rumträgt. Ja, ja, ja. Das ist ganz wichtig. Also deshalb werden ja auch die Tiere dann immer reingelassen, weil das ist für die besonders günstig. Wir können ja was bewusst machen, aber so ein Hund kann nicht dem Bettler einen Euro in Hut tun aus reinem Mitgefühl oder sowas. Kommt da eher selten vor, weil der so von seinen Instinkten dominiert ist. Da kommst du schwer raus, also um den Stupa führen. Und ich erinnere mich in den sechs Bereichen Götter, ja, also die Obere. Ja, ja, ja. Zwangsläufig reinkarnieren im Untersten. Ja, die verpulvern da oben, wie gut es kann man. Also das ist wie das Tuch vorhin mit den Göttern. Also die Tiere sehen wir ja noch, aber ich meine, gut, also über die Götter, da kann man sich halt die netten Geschichten anhören. Also das Problem ist, es gibt ja unterschiedliche Klassen von Göttern und es gibt die, die das, was man höhere Wahrnehmungskräfte nennt. Das Gute da oben ist, du hast sehr viel freudvolle Erfahrung. Du denkst gar nicht an Leid. Also weil einfach alles so, wie hat es mal einer beschrieben, das ist so, du kommst aus dem eisekalten Winter, fährst mit dem Flugzeug nach Mallorca und da ist herrlichstes Frühlingswetter und du steigst aus und hast so einen Moment von Ah! Und der ewig ausgedehnt. Also so kannst du dir das ungefähr vorstellen, so wird es immer beschrieben. Also die Art von Freuden ist da sozusagen permanent gegenwärtig und man empfindet sie auch. Das lenkt natürlich davon ab, da sieht man nicht so die Notwendigkeit, irgendwie sich um Dharma-Inhalte zu kümmern und das wird auch in den Texten sehr hübsch dargestellt. Also es gibt so ein herrliches Sutra, wo Shariputra, einer der Hauptjünger des Buddha, zu Indra in den Tushita-Himmel geht, um zu gucken, weil der hat gerade eine Belehrung beim Buddha empfangen, der Indra und er ist aber der Meinung, naja, ob der das in die Tat umsetzt und ob der überhaupt noch weiß, was der Buddha gepredigt hat. Das ist wirklich, es liest sich sehr, sehr köstlich und Indra freut sich, ihn zu sehen, Mensch, Shariputra, das ist ja wirklich schön, dass du hier bist. Komm, ich zeig dir mal den schicken neuen Palast, den ich gebaut habe und zeig ihm und mit hunderten Zimmern und aus jedem kommen die schäden Frauen raus und so weiter und haben noch schöne Dienerinnen und ganz schamhaft ziehen sie zurück. Ist das nicht eine Herrlichkeit? Ist das nicht eine Pracht? Ja, aber ich wollte dich eigentlich fragen, ob du dir in Erinnerung rufen kannst, was der Buddha gelehrt hat, dann habe ich jetzt keine Zeit, ich muss mich um so viel kümmern, also ich bin wirklich zu beschäftigt, das ist sehr hübsch, danke, und daraufhin tippt Shariputra mit einem C an den Palast und der ganze Götterbereich erzittert und dann kommen alle zur Besinnung und sagen, welche Macht doch der Shariputra hat, den ganzen Götterbereich erzittert zu lassen und er kann dann tatsächlich auch die Lehrrede des Buddha Haarklein wiedergeben, also die eigentlich auch nichts anderes als eine Achtsamkeitsrede ist und dass man diese Freuden nicht zu wichtig nehmen muss und so weiter und so fort, aber es ist sehr hübsch dargestellt, einfach die Unterschiedlichkeit der Bereiche und worin die Freuden bestehen da oben und so weiter und so fort und dass die natürlich alle höhere Wahrnehmungskräfte haben, die sie aber nur für Quatsch benutzen, also so wie die reichen Leute bei uns auch im Grunde, so könnte man es mal sagen, die ja keine bösen Menschen sein müssen, es gibt ja viele ganz reizende reiche Leute, die halt eben aber auch in Anspruch genommen sind von all den Annehmlichkeiten, Urlaube und was weiß ich nicht noch und nie dazu kommen, sich spirituell weiterzuentwickeln und das ist ja eben erste edle Wahrheit, hier bleibt niemand von Leid verschont, also es ist so, dass die Regel von Samsara ist, Aufstieg, Fall, da kommt keiner dran vorbei, du häufst etwas an, es wird sich wieder zerstreuen, Dinge verbinden sich, Partnerschaften entstehen und sie gehen auch wieder auseinander, das ist, wo wir uns hier befinden und darüber dürfen wir uns keine Illusionen machen und davon sind auch die Götter nicht gefeit, deshalb wollen wir da ja raus, weil das genau der Punkt ist, das ist das Leidvolle an Samsara, aber das sind ja nicht die Götter, also die Konitara und so, das sind ja andere, das sind ja Buddhas und Bodhisattvas, die sind ja auch, die müssen sich deshalb und deshalb sind die ja die großen Vorbilder. Was ihr da aber sagt, ist sehr wichtig, also wir haben am Anfang hier die Zufluchtenname-Gelübde genommen oder haben sie wiederholt oder einfach mal rezitiert und Sakya Timsin hat jetzt gerade einen wunderbaren Vierzeiler, den habe ich euch auch hier aufgeschrieben, gelehrt, der eigentlich so den ganzen Dharma-Weg ganz gut wiedergibt, der heißt Abkehr von den Vier Anhaftungen und die erste Zeile davon heißt, wenn du Anhaftung an dieses Leben hast, bist du kein Dharma-Praktizierender. Klingt ja jetzt erstmal hart, also wir alle haben natürlich noch Anhaftung an dieses Leben ohne Ende. Wichtig ist, dass man sich daran erinnert, dass es sinnlos ist, Anhaftung an dieses Leben zu haben, weil man hier eigentlich nur ablebt, was an olem Karma angehäuft wurde, während man sich jetzt beeilen muss, Wiedergeburtsvorsorge zu betreiben, nämlich ans nächste Leben denken muss. Und dieses ans nächste Leben denken ist tatsächlich die niedrigste Ebene, auf der der Buddha gelehrt hat. Eigentlich ist das, worum es geht, ganz raus. Aber es sind auch nette Händler zu ihm gekommen, die gesagt haben, ach na ja, also eigentlich möchten wir nur, wir sind nicht so besonders kluge Leute, wir möchten eigentlich nur im nächsten Leben sicherstellen, dass wir einen gesunden Körper haben, eine nette Familie und genug Wohlstand und keine großen Krankheiten, keine frühzeitigen Tode, geht das? Und daraufhin gibt der Buddha Ihnen eine Belehrung, wie das geht. Und was glaubt ihr, wie das geht? Großzügigkeit. Genau. Großzügigkeit bewirkt Wohlstand, nicht verletzen bewirkt einen gesunden Körper und ein langes Leben und andere vom Tod bewahren natürlich auch und alle diese Sachen. Also man muss eben diese Vorbereitung für die Wiedergeburt treffen, die Wiedergeburtsvorsorge nicht lax handhaben und dann, aber es ist immer noch eine sehr begrenzte Spanne, denn das haben wir ja gerade gesehen, wenn man alle diese Annehmlichkeiten hat, die hat man auch erstmal nur dieses Leben und auch die werden wieder auseinanderfallen und wenn man dann versäumt hat, weil man sich nicht mehr an Teachings erinnern kann, weil man die ja nicht unbedingt so ohne weiteres mitnimmt, dann verplempert man diese kostbare Möglichkeit und geht mit leeren Händen aus der Juweleninsel raus, nämlich aus der kostbaren Menschengeburt, die wie eine Juweleninsel ist und da mit leeren Händen zu gehen, da ist man blöd. Man kann weltliche Zuflucht nehmen, die hilft einem nur nicht weiter. Also das ist, wenn man zu Göttern betet, damit sie einem einen Mercedes-Benz beschenken oder sowas in der Art. Also wenn man weltliche Ziele hat und einen weltlichen Geist hat, dann macht man solche Sachen. Man kann dann zum Beispiel, manche machen das auch, dass sie dann, was weiß ich, die Buddhas darum bitten, dass ich ihre weltlichen Wünsche erfülle. Aber das ist eigentlich nicht der Sinn von Zuflucht, sondern da geht es ja weit, weit, weit drüber hinaus. Das meint dieser Satz, dass man sich daran erinnern soll, weil dieses Leben ist das, was einem Angst macht. Also wir haben jetzt Angst. Wir haben nicht Angst vor einer schlechten Wiedergeburt, sondern wir haben in diesem Moment jetzt Angst. und man ergreift oft die Praxis nicht, weil man denkt, ich muss aber doch erst mal mich um mein Leben hier kümmern und ich muss erst mal sehen, dass ich genug zu essen und was weiß ich nicht noch habe. Das ist auch alles richtig, aber man braucht auch dafür diese Weite in diesem Geist. Selbst wenn hier alles scheitert, es ist nur dieses Leben. Kümmere dich um die fernere Zukunft. Blick über diesen Tellerrand hinaus. Nimm das nicht für so real, was hier heraufbeschworen ist und du als Realität wahrnimmst, sind Schattenauswirkungen der Vergangenheit und die bleiben nicht bestehen. Die gehen sowieso weiter. Also nichts, was du jetzt erlebst, wird so auf alle Zeit sein. Und der Tod ist dir sowieso gewiss, ob du ihn gesund erlebst oder ob du ihn krank erlebst. Irgendwann stirbst du und selbst wenn du jetzt glaubst, dass du gesund bist und fit und fröhlich und so weiter, es kann sich in einer Sekunde ändern. Man glaubt das immer nicht, aber man hört dann genug Beispiele, dass das doch tatsächlich der Fall ist. Ein kleiner Unfall reicht. Also es ist nicht so. Solange man halt noch irgendwie ein Bewusstsein hat, sollte man das Positive tun. Was nützt jetzt, das ist ja auch das Thema des Abends, wenn man dann Mantren rezitiert? Also zum Beispiel das Vajrasatva Mantra. Ich habe es mal abgezogen hier, das Vajrasatva Mantra. Ich denke, das wird ja hier auch wahrscheinlich fleißig rezitiert, oder? Naja, im Nandro, ne? Genau. Warum macht man das? Das habe ich ja schon gesagt. Man will ja das negative Karma eindämmen und das ist dann so eine einfache Form, wie man auch zum Beispiel Taten bereinigt, an die man sich überhaupt nicht erinnern kann. Also man weiß ja nicht, was alles so im karmischen Säcklein drin ist, in dieser Büchse der Pandora. Und es geht weniger darum, sich jetzt an die Taten einzeln zu erinnern, sondern um dieses Bewusstsein, dass da was rumliegt, was noch Ärger machen kann. Und dass man sich ja auf das Positive konzentrieren will. Und die Worte des Vajrasatva Mantras, an wen richten die sich? Wer ist Vajrasatva? Wo wohnt der so ungefähr? Warum kann der das? Also warum kann der irgendwie uns das negative Karma irgendwie abhobeln? Nur weil wir diese paar Worte sprechen. Das ist natürlich unsere eigene naturhafte Beschaffenheit der Buddha-Natur, die wir auf diese Art und Weise zur Reife bringen. Also es ist ja eine Art von Meditation. Du richtest dich ganz stark darauf aus, du machst ja auch Visualisationen dabei, wenn du dieses Mantra sprichst, auf das Positive, auf das Bereinigen und so weiter und so fort. Und deine ganze Ausrichtung geht auf das Gute und das schafft automatisch positive Potenziale im Geist. Wenn du es dir dann in dieser erleuchteten Sambhogakaya, also Buddha-Form, vorstellst, hat es nochmal eine stark potenzierende Kraft. Aber eigentlich sind es die eigenen Kräfte der Reinigung, die da angesprochen werden. Also man schafft sich das Erleuchtete gegenüber, das aber im eigenen Geist ja in Ansatzform in der Natur gar nicht unterschiedlich vorhanden ist. Und wenn man dieses Mantra spricht, dann verbindet einen das quasi auch mit der eigenen Fähigkeit zur Erleuchtung. Man hat ein großes Vertrauen, dass es überhaupt möglich ist. Man hat ein großes Vertrauen in die Buddhas und deren Kontinuen sind ja da. Und wenn man das dann macht, dann schafft das Kanäle im Geist, die wirklich so als Schiene für das Positive. Meistens weiß man gar nicht so richtig, was man da brabbelt bei den Mantren. Also gerade die Tibeter haben das ja oft schon lange, lange tradiert. Und dann, also die würden das auch ein bisschen anders betonen. Hier ist es manchmal ganz schwierig, irgendwie das Original-Mantra zu rekonstruieren. Gerade beim Vajra-Satva-Mantra ist das nämlich nicht so einfach. Aber es hat eine eindeutige Bedeutung. Also alles, was da steht, sind tatsächlich imperative, also Sätze, die Aufforderungssätze an Vajra-Satva. Und die sind ja ganz nett. Eigentlich soll man die gar nicht. Also der Laman Zyldrim hat gesagt, man soll gerade den Pantren eigentlich nicht übersetzen, oder? Warum nicht? Also aber wir sprechen die trotzdem in diesem Sanskrit, nicht in der Übersetzung. Genau, deshalb hat man sie ja auch im Sanskrit erhalten, weil man sich schon klar war, dass es gibt einzelne Keimsilben, die kann man nicht übersetzen. Aber an und für sich sind es immer Sätze, die man da spricht. Warum soll man die nicht übersetzen? Die Inder wussten ja auch, was sie da sprechen. Also wenn die gesagt haben, Suposhio Mebava, dann wussten die, was das da heißt. Das sind, also ich habe es ja hier aufgeschrieben, also die sind ganz niedlich. Also sei hoch beglückt über mich, sei hoch zufrieden über mich, erröte vor Liebe zu mir. Das sagt man da. Und es kann nicht schaden zu wissen, was man da sagt, muss ganz ehrlich sagen. Also es ist doch hübsch, oder? Also ich finde es immer wichtiger, ich weiß, was ich tue. Und eigentlich alle Lamas, die ich kenne, sagen das auch. Also dass man wissen soll, was man tut. Es verliert dadurch auch nicht seine Wirkung oder sowas in der Art. Es ist immer besser zu wissen. Also wie gesagt, die Keimsilben kann man nicht übersetzen, weil die sind Keimsilben, die sind sozusagen so eine Art Substrat dessen, was Sprache überhaupt ist. Ich meine, wir sprechen so, wir brabbeln da das Sanskrit, wir sprechen unsere Sprache. Es gibt hunderte Sprachen auf dieser Welt, tausend Sprachen auf dieser Welt. An den Worten allein kann es ja dann nicht liegen. Also darum geht es nicht wirklich, sondern es geht um die innere geistige Ausrichtung. Und das symbolisieren ja doch die Keimsilben. Die sind quasi die Metasprache oder das, was Sprache überhaupt ist. Der Impuls, aus dem Sprache entsteht. Vor allem das Ohm. Dieses Ha-Ha-Ha-Ho, sind das auch Keimsilben? Nee, das sind eigentlich so Lachlaute. Tatsächlich? Ich dachte, das wären so die Richtung irgendwie. Das ist schon Ha-Ha-Ha. Also manchmal übersetzt man das. Man hat das dann auch später noch mit noch mehr überfrachtet. Aber eigentlich sind es so Urlaute im Grunde. Ha-Ha-Ha-Ha-Ho. Das ist eigentlich eher so was Ermutigendes. Es geht ja gegen das eigene Negative. Wie man in die Schlacht zieht. Ha-Ha-Ha-Ha-Ho. Und Ah-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha kommt ja in dem, also was hat man gerade, dass wir sprechen nicht vor. Am Schluss wird eben zur Bekräftigung das draufgepackt. Also Pat ist eigentlich so ein, was die Tibete als Pä aussprechen, ist eigentlich so ein Bambusspaltlaut. Der auch bei, im Kama Sutra, soll man den auch ausrufen beim Geschlechtsverkehr, muss man dazu sagen. Also das ist so ein sehr martialischer Laut, so wie man einen Bambusspalt hat, so zack. Also das bekräftigt man dann doch mal sprachlich. Zu welchem Zeitpunkt? Naja, da gibt es ekstatische Momente, wo man das dann ausruft. So genau wollen wir das jetzt nicht haben. Aber das zeigt eben, es ist ein Ausruf der Drastik. Es ist sozusagen, mit Schmackes wird ans eigene Negative gegangen. Da steckt viel Liebe und Humor drin in diesem Mantra. Es wäre schade, das nicht zu bemerken. Also es geht darum, ein diamantenes Wesen in sich herauf zu beschwören, etwas Diamantenes aus sich zu machen, etwas Unzerstörbares, was alle Farben des Schönen annehmen kann. Und darum geht es. Das ist ja das Ziel, das wird da schon vorweggenommen. Also wenn es dann heißt, sei ein Diamantener. Also werde zu Diamant im Grunde. Kannst du ja auch sagen, das ist ein Aufruf an sich selbst. Also Vajrasadva hat das nicht nötig, aber der Vajrasadva in uns, der soll genau dazu werden. Also deshalb machen wir das. Aber nochmal zu Klang und dem Inhalt, dem Text von dem Mantra. Wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Text habe, der jetzt auch in einem anderen Kontext hier, im Westen, vielleicht wieder eine ganz andere Bedeutung hat. Also was weiß ich, Diamant ist nicht das ideale Wort jetzt, aber es gibt ja bestimmt Gebete, die eine bestimmte Bedeutung, oder Worte, die eine bestimmte Bedeutung haben, die wieder anders ist. Kann es auch sein, dass der Klang ganz losgelöst ist von dem Sinn und ein eigenes Potenzial? Bei Om ist das ganz stark der Fall. Also bei der Silbe Om, ganz, ganz sicher. Ja, also bei den anderen Om, Ah, Hum, natürlich, klar. Bei den Keimselben ist das sehr stark der Fall. Also bei den Mantren an sich hat man das wohl angenommen, deshalb hat man sie auch im Sanskrit belassen, weil Sanskrit gilt ja als die heilige Sprache. Aber wenn ich jetzt von einem Intellekt her kollidiere und sage, ich will jetzt eigentlich überhaupt nicht dieses Wort, da kann ich nicht hinterstehen, aber der Klang an sich, der gefällt mir. Wie löse ich das auf? Oder was ist da? Also wenn du die Bedeutung des Wortes völlig vergessen könntest, wäre es egal. Also wenn du da sagst, na gut, also ich liebe das Wort Flasche und wenn jetzt einer zu mir sagt, du Flasche, dann empfinde ich das als großes Kompliment, weil das Wort so schön ist und für mich ist das eben einfach irgendwie, es ist ein bisschen absurd. Also man kann das natürlich machen, wenn man einfach nur einen Klang schön findet, aber den Sinn nicht gut findet. Aber da kommen wir dann natürlich zu der schwierigen Frage, was drückt Sprache überhaupt aus? Also da kann sich jeder zu Hause mal eine schöne Antwort überlegen, was ist Sprache eigentlich? Also was ist Sprache? Es ist nicht so einfach zu sagen, es ist eine Kommunikationsform, also das Sprache zu, also Kommunikation, sie dient der Kommunikation, das dient sie nicht allein. Also wie funktioniert Sprache? Was macht Sprache? Und da kann man tief drüber nachdenken. Die Antwort kann ich mal vorweg geben, Sprache ist Licht. Das sagen die Inder, da muss man dann auch mal drüber nachdenken, was das eigentlich bedeutet. Naja, die moderne Neurowissenschaft würde das sogar so sehen, weil wenn wir sprechen, dann blitzt es ordentlich im Gehirn. Aber das ist die vedisch-sprachmanische Antwort sozusagen, oder die upanishadische Sprache ist Licht, grundsätzlich Licht, weil sie eben auch wahrscheinlich so stark mit Bewusstseinsimpulsen einhergeht. Das ist ja eine Abstraktion eigentlich von dem, was wir wahrnehmen und was wir auch in uns an Gefühlen haben. Also Hand aufs Herz, wenn ich das Gefühl Liebe ausdrücke, warum verbindet jeder was ganz Bestimmtes mit dem Wort Liebe? Also können wir nicht sehen. Also wir können nicht Liebe sehen. Aber wir haben ein Empfinden dafür. Melancholie. Das ist ein ganz komisches Wort. Also so wie du gesagt hast, klingt hübsch, Melancholie. Klingt nett. Und wir haben eine Ahnung, eine Vorstellung, was sich mit diesem Zustand verbindet. Aber sehen oder hören, schmecken, fühlen, riechen, können wir nicht. Trotzdem wissen wir, wenn wir darüber reden, sehr genau, was damit gemeint ist. Und können uns darüber auch austauschen. Das ist doch sehr erstaunlich. Und je mehr man über diese Dinge nachdenkt, desto mehr gewinnt man auch ein Verständnis dafür, wie kompliziert und komplex wir eigentlich funktionieren. Also unsere Wahrnehmung, unser Gehirn, unsere Gefühlsreaktionen und unsere ganzen Muster sind ganz, ganz, ganz komplexe Verbindungen und Gebilde, die miteinander entstehen, sich gegenseitig bedingen, aber nicht so fest aneinander anpappen, dass man diese Mechanismen nicht manipulieren könnte und auch zu etwas Positivem benutzen könnte. Also all diese Möglichkeiten unseres Bewusstseins bieten haufenweise Hebelansatzpunkte, sich positiv zu verändern. Dazu muss man sie aber erst mal erkennen und greifen und denen auf die Spur kommen. Und genau das ist eben extrem wichtig bei der Praxis, um sich klar darüber zu werden, was man eigentlich machen soll und was nicht. Dazu braucht man viel Zeit und Muße und auch so etwas wie Ruhe und eine Gefasstheit. Da muss man gerade relativ gut beieinander sein. Aber es gibt auch Praktiken, die einem einfach und vielleicht seltsam erscheinen, die ebenfalls gutes Karma bewirken. Nicht nur Mantren sprechen, das ist schon fast abstrakt, sondern wenn es einem ganz richtig schlecht geht und man völlig außer sich ist vor Verzweiflung und vor Irritation und so weiter, dann gibt es noch ein körperliches Mittel, nämlich das, was man Verneigungen nennt. Also was die Tibeter exzessiv betreiben, dass die ganze Pilgerpfade über Monate hinweg mit diesen Niederwerfungen liegen. Und wenn man sie dabei sieht, machen sie das mit einer äußersten Fröhlichkeit. Also es ist offensichtlich kein schrecklicher Weg der Selbstgeißelung. Mein alter Lehrer, Gishe Tensche, ist todkrank bei uns geworden. Also eine richtig schwere Autoimmunkrankheit, wo die Haut sich böse aufgelöst hat und er ganz lange im Krankenhaus bleiben musste. Und als er dann wiederkam, da war er wirklich sehr, sehr niedergeschlagen und niedergedrückt. Also es hätte auch zum Tod führen können. Es war wirklich eine furchtbare, lebensbedrohliche Krankheit. Und dann hat er sich gesagt, naja, jetzt muss ich wohl dann doch mal praktizieren, was ich hier immer so predige. Und dann hat er angefangen, jeden Tag 500 Niederwerfungen zu machen. Und ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig, ich habe mir richtig Sorgen gemacht. Ich habe gedacht, das ist doch zu viel und so weiter und so fort. Und ich bin zu der Zeit gerade zwei Monate nach Indien gefahren und kam dann wieder. Und Gishetenshu sah strahlend aus, hatte zehn Kilo abgenommen bestimmt, was auch nicht schlecht war. Und es hatte ihm wirklich das Leben gerettet. Also es war wirklich unglaublich, wenn man das mit der richtigen Motivation macht, kann man sich durch sowas aus einer Depression ziehen. Nicht allein durch den Akt der Niederwerfung, sondern man muss, es ist immer wichtig, wie man das geistig begleitet. Am Anfang ist man nicht so richtig fähig, dann fängt man erst mal an, dann wird der Körper müde, weil es ist furchtbar anstrengend. Also jeder, der das ab und zu mal macht, der weiß, dass es nicht anstrengend ist und man ordentlich ins Schwitzen gerät. Aber man hobelt auch dabei in seinem Bewusstsein diese Irritation ab. Also der Körper, der müde ist, da kann der Geist das Bewusstsein dann auch nicht mehr so agitativ einen irritieren und so weiter, sondern man ist erst mal müde und dann hat man wieder Möglichkeiten, auch mit einem Mantra ranzugehen und so weiter und so fort. Wie funktioniert so ein Mantra wie das Omani Padme Hum, also das wichtigste Mantra von Liebe und Mitgefühl? Das ist ja nicht, dass es in sich Liebe und Mitgefühl induziert, sondern wie benutzt man das? Man sieht, einen Menschen hat Mitgefühl und spricht dann das Mantra Omani Padme Hum, Omani Padme Hum verbindet sich in diesem Moment mit dem Bild von dem liebevollen Avalokiteschwarer und versucht sozusagen das Wenige an Kraft, was man selber hat, zu verbinden mit der Kraft Avalokiteschwarers, möge es dem anderen irgendwie nutzen. Ist jetzt erst mal eine Hilfstechnik, weil man sich so hilflos fühlt, aber eigentlich doch zutiefst dem Guten, was man dem anderen wünscht, Ausdruck verleihen möchte. Oder aber das Gegenteil. Es ärgert einen jemand maßlos und man weiß, ich sollte jetzt nicht mit Hass reagieren. Wie reagiere ich jetzt? Liebe und Mitgefühl, Liebe und Mitgefühl, Liebe und Mitgefühl. Ja, oh mani Padme Hum, oh mani Padme Hum, oh mani Padme Hum. Und dann schafft man es auch, mit Hilfe des Mantras seinen Geist wieder in vernünftiges Fahrwasser zu kriegen. Das ist die Macht dieses Mantras. Aber es ist nicht so, dass das Mantra selber so eine Zauberkraft hätte. Und da könnte man, wie du ja ganz richtig gesagt hast, auch irgendwas sprechen, sozusagen, dimdi damdi dum, dimdi damdi dum. Hauptsache, man verbindet es im Herzen mit Liebe und Mitgefühl. Aber natürlich steckt in diesen Mantren, die sind so alt und erprobt, auch noch eine Kraft, die sich nicht erschöpft hat, weil sie ja doch einen bestimmten Hintergrund und eine bestimmte Herkunft haben. Auch die Bedeutung von oh mani Padme Hum ist nicht zu unterschätzen. Also man kann das Mantra in zwei Teile teilen, grob, eigentlich in vier Teile. Oh mani ist der Anfangsteil. Oh mani ist diese Ursilbe, dieser Utgita, der Ausgesang, dieser kosmische Grundlaut, also eigentlich die Hintergrundschwingung dessen, was man Geist und Bewusstsein überhaupt nennt. Mani heißt einfach Juwel. Da steckt auch wieder der Diamant drin, das Unzerstörbare, Kostbare. Buddhistisch gesehen, das was man Methode nennt, den Methodeaspekt dessen, was Erleuchtung ist. Padme ist Lokativ, also im Lotus, und der Lotus ist das Symbol für Reinheit, für Schönheit und für Weisheit. Und die beiden zusammen sind ja das, was Erleuchtung ausmacht. Die Weisheit, Weisheit besteht aus was? Aus Wissen und aus Liebe. Wissen allein ist was für intelligente Leute. Weisheit besteht immer aus dieser Kombination von Wissen und Liebe. Dann erst wird Weisheit zu dem, was sie ausmacht, zu etwas, was über Intelligenz weit hinausgeht. Und die Methode, die dazu führt, ist eben das, was man Bodhichitta nennt, diesen Wunsch, Erleuchtung zu erlangen, zum Wohl für alle Lebewesen, damit man die Kräfte in sich anhäuft, die allen Lebewesen wirklich, wirklich helfen können. Das ist der Pfad. Also darum geht es eigentlich. Also der ganze Pfad steckt in diesem kleinen Mantra drin. Und Hum ist einfach das Siegel. Das Siegel, womit man diesen Bodhichitta-Gedanken, dieses liebende Mitgefühl besiegelt, dem sozusagen wirklich seinen Stempelausdruck, den Stempel der Absicht, das will ich praktizieren. Darum geht es. Steckt sehr, sehr viel mehr drin. Also man kann immer Schicht für Schicht für Schicht abtragen. Das ist ganz viel. Aber Liebe und Mitgefühl üben kann im Grunde jeder. Und über diese Schiene kommt man dann zu tiefer gehenden Erkenntnissen. Man befreit sich von diesem krampfhaften Anhaften an sich selbst und das ganz, ganz, ganz automatisch. Wenn man immer sagt, dieses Bekenntnis allen Buddhas gegenüber, welchen Sinn hat das? Da sind wir ein bisschen vorbelastet durch dieses übertriebene Schuldbewusstsein machen im Christentum. Also da ist so Sündenbekenntnis, das klingt immer, oh, ich bin so schlecht, ich habe gesündigt, meine Schuld ist so furchtbar gigantisch. So ist es überhaupt nicht gemeint. Also es geht eigentlich um ein Sich-Anvertrauen an ein Gegenüber, das ja Liebe und Mitgefühl in der erleuchteten Form selber ist und Verständnis hat für all die Nöte und Schwierigkeiten, die man hat, für all die Dummheiten, die man begangen ist und dem Gegenüber kann man mal sein Herz ausschütten. Und damit bereinigt man automatisch auch ganz viel davon vor diesem unglaublichen Verdienstfeld, wie man es so schön sagt. Also warum ist zum Beispiel bei dem Buddha Amitabha, warum sind da so viele Mönche drumherum und so viele Bodhisattvas. Es ist immer das Verdienstfeld, also so eine Anhäufung von all diesen Erleuchteten, die man sich auch visualisieren kann und vor denen sagt man dann, ich habe schon wieder gelogen, dass die Schwarte kracht oder ich habe dies und das und jenes gemacht oder was immer ich auch gemacht habe. Ich merke oft, wie mir doofe Dinge entschlüpfen, wie ich nicht so sein kann, wie ich gerne sein möchte. Es nervt ohne Ende, aber es gelingt mir einfach nicht und man hat einfach ein sehr freundliches Gegenüber, die einem quasi auf die Schulter klopfen und sagen, versuchst es einfach nochmal, wir haben Verständnis dafür und so weiter. Also es ist sozusagen, man öffnet sein Herz in diesem Moment und man kann ja das Negative in sich nicht wirklich akzeptieren, das will man ja loswerden, man muss aber doch noch eine ziemliche Zeit damit leben, weil man einfach ja nicht aus dem Stand heraus ein Engel sein kann. Das geht halt nicht, man arbeitet dran und da hilft es immer wieder mal einfach zu sehen oder sich sozusagen in dieses Gegenüber zu stellen. Es ist eine Hilfe. Es geht weniger darum, jetzt irgendwie sich da unnötig schlecht zu machen, sondern das ist die Realität, dass wir alle immer wieder Negatives anhäufen, leider. Es ist eigentlich eine Aktion gegen Hilflosigkeit und deshalb gehört das ja auch mit zu diesen Nöndro-Sachen. Diese Nöndros sind eben einfach ganz, ganz wichtig. Es heißt immer, sind die vorbereitenden Übungen vorbereitend auf was? Ja, in Wirklichkeit, also so ist mir das erklärt worden, dass es ja eigentlich einfach nur vorbereitend heißt. Das ist sowieso alles immer vorbereitende Übungen auf was Bestimmtes. Ja, aber sie bereiten schon auf was ganz Essentielles vor, nämlich auf den letzten Schritt, den man zur Erleuchtung machen muss, der einen dann wirklich rüberbringt, nämlich man macht ja diese Nöndros besonders intensiv, bevor man in einen Meditationsretreat geht. Also das ist ja die Haupt... Es dient alles der Meditationsvorbereitung, weil mit diesem aufgewühlten, verschmutzten Geist kann man nicht so meditieren, dass es richtig gut wird. Also da hat man einfach eine falsche Grundlage. Man muss diesen aufgewühlten Ozean, diese dreckige Pfütze, durch die ständig einer mit dem Rad fährt, muss man erst mal wieder so auf normal Null kriegen, sonst funktioniert das nicht. Und deshalb macht man ganz besonders intensiv diese Nöndro-Übungen, bevor man ein paar Tage intensiv meditiert und so weiter, weil man dann das Ganze bündelt und kanalisiert. Warum heißt es überhaupt Dharma-Rad? Der Buddha hat das Rad der Lehre gedreht. Also was soll diese Rad-Symbolik? Die ist ja sehr tief. Sakya Tinsin hat es jetzt gerade so gesagt, das fand ich auch sehr nett. Der Aspekt war mir so noch gar nicht so klar. Weil man da eben auch das Fahrzeug hat, mit dem man sein Ziel erreichen kann. Also mit dem Rad geht es schneller und besser, als wenn man das Ganze zu Fuß geht. Lieber schlecht gefahren, als gut gelaufen, heißt ja der Spruch. Also man hat hier ein Vehikel, man hat tatsächlich ein Mittel, mit dem sich das Ziel, Leidlosigkeit, vollkommene Freiheit, erreichen lässt. Bist du sicher, dass es das Rad ist, was Sie da gemeint haben? Also das ist einfach... Nicht das Fahrrad, sondern das Rad an sich. Ja, ich meine das Rad, dieses Rad, wie du es auch auf dem Tanker siehst und so weiter, ist ein uraltes indisches Symbol für das kosmische Gesetz der Wirklichkeit. Also es ist so eine Art Sonnenscheibe. Das ist ja nicht im Widerspruch zu dem, was ich eben gesagt habe. Weil wir hier mit Realitäten und Wirklichkeiten arbeiten, ist Erleuchtung überhaupt erreichbar. Wenn das nicht eine reale Möglichkeit wäre, wenn es so ein kosmisches Gesetz von Ursache und Wirkung nicht gäbe, von spezifischer Ursache, die eine spezifische Wirkung hervorbringt, dann könnte man Erleuchtung nicht erleihen. Also wenn, sagen wir mal, wenn aus einem Hühnerei auch eine Ente rauskommen könnte oder ein Krokodil, weil die auch aus Eiern kommen, dann wäre, dann könnte man ja nicht determinieren. Dann könnte man sagen, naja, ob ich nun Gutes oder Schlechtes tue, ich weiß nicht, ob dann Leid oder Glück rauskommt. Also auch wenn ich Gutes tue, könnte Leid rauskommen. Und wenn ich Schlechtes tue, könnte Glück rauskommen. Also so sehen wir das nicht so deutlich, diese Mechanismen. Aber weil das eben nicht der Fall ist, sondern weil zielsicher aus guten Taten Glück erfolgt und geistiger Frieden und so weiter und so fort, hat man überhaupt eine Chance, insgesamt rauszukommen. Gibt es eigentlich Theorien oder gibt es Worte, also in den Texten steht irgendwas darüber, wo das, also wieso wir grundsätzlich, also wie Sam Sara überhaupt angefangen hat, also so der Urknall zu dem Ganzen, also was da, ha ha, uh, eine ganz schwierige Frage. Das gehört doch immer von unendlichen Zeiten. Ja, anfangslosen Zeiten. Anfangslosen Zeiten. Das ist wirklich, das ist so die tricky question überhaupt. Also das ist wirklich die schwierigste Frage. Da kann ich wirklich eine schöne Geschichte zu erzählen, weil vor zwei Wochen hatte ich im Museum eine Führung und da sprach mich ein Christ an, der auch ganz scharf darauf war, weil ich gesagt hatte, dass ich eben auch Buddhistin bin. Das war zu einem buddhistischen Thema. Und er meinte, es heißt doch, dass alle Wesen Erleuchtung irgendwann erlangen, dass das sicher sei. Und wenn wir aber schon seit anfangsloser Zeit bestehen, wieso haben wir dann noch nicht Erleuchtung erlangt? Weil anfangslos ist Ewigkeit und da müssten wir doch schon, wenn das bis jetzt nicht passiert ist, warum soll das irgendwann passieren? Ewigkeit, Ewigkeit. Ja, 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 ja. Keine blöde Frage. Also solche Fragen sind ja immer super, weil man dann darüber nachdenken muss. Natürlich nicht. Woraufhin ich dann unseren GESCHE-Kunden konsultiere. Der Beste für solche Fragen. Und er hat es ganz interessant erklärt. Es gibt auch noch eine wunderbare Erklärung, die du selber nachgucken kannst. Und zwar im Internet. Da gibt es auf der Seite des Dalai Lamas Mitschnitte dieser Mind-and-Live-Konferenz. Und am vierten Tag, am Vormittag, da hält Mathieu Rikard einen Vortrag, wo es auch um dieses Thema geht. Und das ist sehr spannend. Wenn wir solche Worte, solche Konzeptworte wie Anfangslos und Anfang benutzen, können wir uns unter beiden nichts vorstellen. Also wenn wir von Urknall reden, und das war dann der Anfang, haben wir Schwierigkeiten damit, weil wir uns ja nicht vorstellen, dass irgendetwas spontan einfach in die Welt kommt. Also der Urknall, was war vor dem Urknall? Vor dem muss es ja auch irgendwas gegeben haben. Also da fängt unser Gehirn schon an zu sagen, komisch. Also wir können uns auch keinen Anfang richtig vorstellen. Es gibt keinen Uranfang, weil irgendwas muss ja davor auch immer gegeben haben. Anfangslosigkeit können wir uns aber auch nicht vorstellen, weil irgendwie muss doch was einen Anfang haben. Aber wann fängt der Anfang an und wann hört das Ende auf? Das ist überhaupt nicht für uns logisch zu erfassen, so ohne weiteres. Und was Gishe Rikjall dann sagt, man muss sich das Ganze ringförmig vorstellen. Also um überhaupt näherungsweise eine Vorstellung zu haben. Wo hat so ein Ring einen Anfang? Ist hier der Anfang? Den setze ich willkürlich. Also der Punkt davor, ist der danach oder davor? Trotzdem haben die Dinge eine Richtung. Ursache und Wirkung ist nicht vollkommen nutzlos. Wir brauchen diese Vorstellung, aber tatsächlich verhalten sich die Dinge anders. Eigentlich kann man bei ringförmigem Geschehen nicht sagen, ist das hier vorher oder ist das hier nachher? Sondern die Art, wie die Dinge miteinander reagieren und wir sie dann in vorher und nachher unterscheiden, ist immer quasi so wie so eine chemische Reaktion. Es gibt immer eine Hin- und Rückreaktion. Also das Ergebnis hat auch eine Auswirkung auf die Ursache und umgekehrt. Also es ist nicht nur eindimensional. Und da wird es wirklich schwierig. Also da versagen dann auch meine Kräfte. Aber das ist das Modell dabei. In Bezug jetzt auf... Auf Karma und Kontinuum. Ja, also die Wesen, die jetzt zur Zeit ja auf der Erde sind oder wo auch immer, sind ja nicht erleuchtet. Genau. Und die erleuchtet sind, die lösen sich ja auch so nichts irgendwie auf. Also das wird ja auch so beschrieben von Buddha, so wie ein Feuer, glaube ich, verbrennt. Da muss man jetzt aufpassen, welcher Schule man angehört. Ja, also da gibt es ja unterschiedliche... Also ich gebe dir zu meinen Sutern. Also kein Sutern. Sutern. Genau. Also auf Pali. Egal. Na, Mahayana Sutern oder die Pali Sutern. Da ist nämlich dann ein großer Unterschied. Die Mahayana Sutern interpretieren das ja anders. Pali ist ja auch. Also es gibt ja eine 2000-jährige Entwicklung von buddhistischen Schulrichtungen. Und die einfachste, das sind die Vaibashikas. Also das ist die älteste, nicht die älteste, das ist die einfachste, die simpelste. Die haben ja noch ziemlich lange bestanden eigentlich. Die auch wirklich sagen, wenn ein Buddha Erleuchtung erlangt hat, dann ist er einfach verloschen. Dann ist Brennstoff aufgebraucht. Sozusagen gibt es keinen Brennstoff mehr. Und wo es keinen Brennstoff mehr gibt, dann gibt es auch keine Flamme mehr in dem Sinne. Und dann ist das Kontinuum vorbei. Ja, da ist dann nichts mehr. Und deshalb ist das Zufluchtsobjekt für diesejenigen, also für diese Hinayana Schule, auch nicht der Buddha an sich, sondern eigentlich nur der Sangha. Also weil mithilfe von Sangha dann sich Buddhaschaft erreichen lässt. Und das ist so das Hauptzufluchtsobjekt. Buddha ist eigentlich nur eine Erinnerung an den, der die Lehre gegeben hat. Die späteren Schulen, Nagarjuna vor allem, sagen, das geht nicht. Es kann nicht sein, dass der Buddha einfach weg ist. Und die Argumentation ist in den unterschiedlichen buddhistischen Schulen etwas anders. Aber hauptsächlich geht es eben darum, dieses konzeptuelle Denken aufzubrechen und zu verstehen, wie die Dinge wirklich sind. Wie das mit der Leerheit, der buddhistischen Leerheit oder dem Leerheitsverständnis, sich wirklich verhält. Also Dinge entstehen nicht einfach spontan. Also kein Objekt entsteht ursachenlos. Also es gibt kein Phänomen, das einfach so plötzlich erschienen ist. Sondern alle Objekte, alle Phänomene sind irgendwie aus irgendetwas hergestellt. Es sei denn, es sind so abstrakte Phänomene wie der Raum oder sowas. Der ist dann auch nicht völlig teillos, sondern der wird untergliedert durch das, was den Raum begrenzt und so weiter und so fort. Also der ist nur eine Benennungsgrundlage oder eine Abstraktung, aber Phänomene an sich sind nicht irgendwie spontan entstanden und verschwinden auch nicht einfach spontan. Es gibt kein Objekt, was spontan erscheint und spontan verschwindet. Und auch geistige Phänomene, und Geist ist natürlich sehr viel schwieriger zu beobachten, können nicht einfach spontan erscheinen. Also die haben auch irgendwo eine Grundlage. Wie immer die jetzt auch beschaffen ist, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Aussagen dazu, aber so ein für uns unsichtbares Phänomen wie Geist, was wir aber durchaus Wirkung erfahren, wir ja, also dass wir einen Geist haben, müssen wir uns nicht, ich denke, also bin ich, also ich habe einen Geist und den nehme ich ja in irgendeiner Form wahr, damit agiere ich ja. Was beeinflusst meinen Geist? Der wird natürlich auch durch tausend Umstände beeinflusst. Und die können auch nicht spontan irgendwie erschienen sein, sondern das ist ein Sich-Fortsetzen von Geistesmoment, der wieder einen neuen Geistesmoment induziert und so weiter und so fort. Das ist eine Aneinanderkettung von unendlichen Geistesmomenten. Also jeder, weil Geistesmomente da sind und diese Grundnatur des Geistes da ist, gibt es eben auch diese ganze Ausprägung dessen, was Geist ist. Und das ist tatsächlich für uns kaum vorstellbar, anfangslos und damit auch endlos. Aber jetzt nochmal bezogen auf den Daseinskreislauf. Wieso ist der von Anfang an eigentlich schlecht? Also wieso sind wir überhaupt in dieser Situation? Wir können doch von Anfang an erleuchtet sein, oder also unsere Natur, die Natur unseres Wesens sozusagen, wie ist die so eigentlich? Da gibt es dann diese sogenannte Wahrheit der Beendigungen. Also das wird jetzt richtig kompliziert. Also das ist kein Problem. Es ist ja eine wichtige Frage und wenn du sie schon stellst, dann will ich wenigstens versuchen, ansatzweise darauf eine Antwort zu geben. Der Daseinskreislauf an sich könnte unendlich sein und besteht auch schon seit anfangsloser Zeit. Und das, was man das Geisteskontinuum nennt, das ja von der gleichen Natur ist, wie das Geisteskontinuum eines Buddha. Es hat die gleiche Natur, aber ein Unterschied muss ja da sein, sonst werden wir ja erleuchtet. Worin besteht der? Der besteht darin, dass ein Buddha in sich diese wahren Beendigungen der Ursachen von Leid bewirkt hat. Also er hat die zwei Verdunklungen, die zwei Arten von Verdunklungen aus diesem Kontinuum von Geistesmoment zu Geistesmoment und das, was ich am Anfang gesagt habe, dieses Skanda der karmischen Bildekräfte hat keine Auswirkung mehr da drauf. Das sind diese zwei Reinheiten, die ein Buddha hat. Also es ist die Reinheit von karmischen Befleckungen und dass kein Karma mehr angehäuft werden kann und eben auch diese Reinheit der Verblendung durch vorheriges, schlechtes Karma und grundsätzlich irgendwelche negativen Einflüsse, die da kommen können. Die hat er bereinigt. Das ist der große Vorteil. Das heißt, sein Kontinuum ist immer noch da, aber der Geistesmoment, das ist auch immer noch dynamisch. Also jeder Geistesmoment geht sozusagen von Reinheit zu Reinheit zu Reinheit zu Reinheit zu Reinheit. Also zu einfach nur Erkenntnis und ist ja ausgestattet mit diesen unglaublichen Kräften, die ein Buddha hat. Also dieser spontanen Manifestation von Hirmanakayas, die er zeitigen kann. Das ist jetzt Mahaya eine Auffassung. Das glauben ja eben, wie gesagt, die Hinajana-Schulen nicht. Und diese Qualitäten, die er angehäuft hat, indem er ja durch die Praxis haufenweise gutes Karma angehäuft hat, die schlagen sich nieder in den Qualitäten dessen, was man den Sambhogakaya nennt. Und der Dharmakaya, das ist sozusagen die Ebene, die diese Grundnatur des Geistes beschreibt, die wir auch alle haben, an die wir noch nicht rankommen. Also es ist so, so hat Sakya Tinsin jetzt beschrieben, es ist so wie ein Vorhang und wir können nicht dahinter gucken. Aber hinter diesem Vorhang wäre das, was wir Erleuchtung nennen, weil diese Geistesnatur gleich ist. Wir müssen nur diesen Weg beschreiten. Ein Buddha bleibt weiter bestehen und wir alle haben tatsächlich auch ein bestimmtes Geisteskontinuum, was wir auch noch bis ans Ende aller Zeiten haben. Also Zeit ist dann auch, Zeit ist immer nur relativ, da spielt auch Zeit gar keine Rolle mehr. Das ist eigentlich jenseits von diesen Konzepten von Zeit und von wirklichem Individuum und so weiter und so fort. Trotzdem haben wir ein Geisteskontinuum und dieses Geisteskontinuum ist einerseits unser eigenes Geisteskontinuum, andererseits ist es einfach nur ein Geisteskontinuum. Also es ist einfach nur Geist. Und das macht es wirklich für uns, die wir hier sitzen und in Konzepten denken, so wahnsinnig schwierig. Und deshalb gibt es auch diese ganzen unterschiedlichen buddhistischen Lehrauffassungen von Chittamatra, von der Nur-Geist-Schule und so weiter und so fort. Man muss sich durch die mal alle durchhangeln und die bis zum Ende durchdenken, was sehr mühsam ist. Das ist ja wirklich keine einfache Aufgabe. Aber umso eher bereitet das dann auf die Meditation vor, zusammen mit den Nöndros. Und dann schafft man eben diesen Sprung jenseits des konzeptuellen Denkens. Also dann überwindet man diese falsche konzeptuelle Sichtweise auf die Realität, wie wir sie im Moment haben und vollkommen davon beherrscht sind. Ist das explizit Mahayana? Mahayana? Das ist explizit Mahayana-Denkung. Weil dieser dritte, also Diamantweg, ist ja mit dem Vajrayana, weil man mit der Vorhänge sprach, also die Erkenntnis, dass sich auch in diesem Leben geschaffen könnte, also die Erkenntnis. Ja, aber Vajrayana darf man auch nicht falsch verstehen, ist nicht ein eigenes Fahrzeug, sondern ist ein integraler Bestandteil des Mahayana. Also das ist die geheimen Lehren. Ja, es ist sozusagen, so wie man die einwandfreie Motivation eines Bodhisattvas verwirklicht hat, ab da ist man dann eigentlich erst fähig, wirklich Vajrayana-Praktiken durchzuführen. Aber es gibt ja gerade im Westen wahnsinnig viele Praktizierende, die genau das anstreben, oder? Ja, wenn sie es wirklich anstreben, ist das auch gut so, aber vorsichtig. Wie gesagt, man kann das alles sagen, dass man das tut, ob man es wirklich tut. Wenn man es wirklich tut, wird man auch die entsprechenden Früchte ernten oder aber man trommelt ein bisschen wild rum und hat nicht viel davon und kann eventuell sogar noch, das genaue Gegenteil kann passieren, dass man nur ordentlich sein Ego boostet. Ich bin der große Yogi mit meinem heiligen Vajra und meiner dicken Glocke klingle ich hier herum. Das ist sehr, sehr gefährlich. Das war der erste Kontakt, mit dem ich zu Mithismus hatte. Das war mir vielleicht ein bisschen komisch. Also Vajrayana, Tantra, wie immer man es auch nennen will, ist ein Turbo-Booster, wenn man es mit der einwandfreien Motivation macht, kommt man damit schneller zum Ziel, weil man quasi, es ist ja eben ein, wie sagt man so schön, das Sutrayana ist ein Vollendungsfahrzeug, also da trainiert man mühsam die Vollkommenheiten, während das Vajrayana ist ein Fahrzeug, das das Ergebnis schon mit auf den Pfad nimmt. Also man tut schon so, als wäre man schon erleuchtet und das ist eine gefährliche Praxis, weil man da auch schnell größenwahnsinnig oder bescheuert werden kann. Also wenn man das nicht mit der entsprechenden Motivation macht, also wem gelingt es Hand aufs Herz, welchem Tantra-Praktizierenden allen Klang als Mantra zu empfinden? Alle Bereiche, in denen er sich befindet, als Buddha fällt, alles was er sieht, als Manifestation im Mandala, also wenn dir das gelingt, ja, das ist, aber das sagt das Hevajra-Tantra und so sollst du praktizieren. Das ist eine schöne Übung, wenn man das denn kann, aber das ist nicht einfach, also wirklich nicht. Visualisierung und Paroxelance. Ja, ja, ja. Also Visualisierung, was ich als sehr schwer empfinde, wird er da im Zentrum permanent praktiziert, oder? Also Visualisierung sind eine total gute Meditationsschule, also du musst ja irrsinnige Konzentrationen aufbringen. Das ist schon hilfreich, also das ist auf keinen Fall verkehrt, aber Hand aufs Herz. Also ich meine, wenn man den Dalai Lama fragt, wenn er eine große Einweihung gegeben hat, wie viele Leute er denn meinte, die Einweihung wirklich empfangen zu haben, sagt er immer, wahrscheinlich keiner. Also die Voraussetzung dafür muss man schaffen. Diese Dinge sind da, damit man sie benutzt. Also es ist nicht so, dass man sagt, ich bin so arm und klein, das werde ich nie schaffen und so weiter. Das zählt im Buddhismus als Faulheit. Also das darf man nicht machen, sondern jeder ist irgendwann in der Lage und je nachdem, wie man sich bemüht. Und da kommen wir dann zurück zu deiner Frage. Es hängt eben nicht von der Zeit ab. Das ist das, was man begreifen muss. Buddhaschaft hängt nicht von Zeit ab, sondern von den Anstrengungen, die man unternimmt. Man kann dann sagen, das dauert Äonen, 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 bis man diese Vollkommenheiten erreicht. Aber tatsächlich ist es nicht wirklich die Zeit, die den Faktor ausmacht, sondern die richtige Praxis. Also so, wie man sich an die richtige Praxis gewöhnt. Es ist einfach so, man kann den Turbodünger nehmen oder aber auch mühsam irgendwie warten und dann nur einen bestimmten Schritt, nur einen halben Schritt in die richtige Richtung gehen. Jeder geht unterschiedlich. Man kann auch Gras nicht zum Wachsen bringen, indem man dran zieht. Also die Dinge haben einfach ein organisches Wachstum und jeder geht halt auch mit unterschiedlichen Voraussetzungen ran. Das ist halt so. Aber die Dinge haben eine eigene innere Entwicklung und die kann man sehr wohl befördern. Und das muss man auch machen. Denn wenn das nicht der Fall wäre, wäre es ja eh hoffnungslos. Es ist aber nicht hoffnungslos. Es kann noch sehr, sehr lange dauern, aber irgendwann ist diese innere Entwicklung auch nicht zu stoppen. Trotzdem ist es natürlich so, dass dieses Nicht-in-Konzepten-Denken so wahnsinnig schwer fällt. Also man fällt immer wieder in diese Zeitschiene, man fällt immer wieder in die Ursache-Wirkung-Schiene zurück, weil wir nichts anderes kennen. Also weil unser Gehirn das automatisch jeden Vorgang so strukturiert. Auf der niedrigen Ebene kann man damit erst mal arbeiten, aber man muss schon im Hinterkopf wissen, das ist nicht endlos. Also eigentlich ist es ganz anders. Und das ist das Problem dabei. Also wir können uns nicht vorstellen, wie es eigentlich anders ist. Wir wissen nur, dass man dahin kommen kann, zu verstehen, dass es eigentlich ganz anders ist. Also das ist ja auch mit der Zeit, man sagt ja auch, die ist ja auch relativ. Eigentlich gibt es also Leute, die auch das richtig merken können, dass eigentlich alles gleichzeitig passiert. Wobei das mehr... Heisenbergschiff. Ja, ja, tatsächlich gibt es viele entzückende Theorien, die auch alle recht gut und interessant begründet werden. Das sind alles trotzdem wieder Systeme und Modelle. Und worin bestehen jetzt diese Befleckungen, die wir beseitigen müssen, diese Verdunklungen? Einerseits eben aus negativen Karma und auf der anderen Seite aus dieser Unwissenheit des Ego-Greifens. Also die Unwissenheit grundsätzlich über die eigentliche Bestehensweise, die wir mit Konzepten überdenken, die lässt uns ja immer wieder nach einem dauerhaften und einzigartigen, inhärenten Ego greifen. Und was passiert dann, wenn man das macht? Warum ist das so schlimm, wenn man nach seinem Ego greift? Weil man automatisch eine Abgrenzung erfährt. Also wo ein Ich ist, ist auch ein Du. Wo ein Links ist, ist auch ein Rechts. Tatsächlich sind das willkürliche Begriffe, die für uns aber ganz wunderbar funktionieren, um unsere Wahrnehmung zu strukturieren und unser Ich zu strukturieren. Und diese Abgrenzung, die führt automatisch zu eben Leidenschaften wie Stolz, Neid, sich abgrenzen, Minderwertigkeitsgefühle, Ängsten. Vergleichen, ja, ein ist besser oder bin ich besser. Ja, 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 dieses ständige Vergleichen. Also das sorgt dann eben für ordentlich eine Fehleinstellung, die dann auch zu ordentlich negativen Handlungen führt. Und damit ist dieser ganze Kreislauf oder das ganze Netzwerk geschaffen, was unheilsam ist. Dieses Ego-Greifen hat eben auch seine Ursachen. Also woraus besteht dieses konzeptuelle Denken? Wir denken Subjekt, Objekt und Handlung. Und aus dieser Wahrnehmung ergibt sich ein konzeptueller Gedankenstrom, der eben auch, wie du das ganz richtig gesagt hast, ja immer Anfang, Mitte, Ende oder solche Strukturierungen vornehmen. Es ist aber tatsächlich nur ein konzeptueller Gedankenstrom, der so nicht der Wirklichkeit entspricht. Das muss man mal als Arbeitshypothese mitnehmen, dass das so ist, dass der Knackpunkt, weshalb wir nicht erleuchtet sind, in diesem seltsamen Konzeptualisieren von Ursache und Wirkung, von Handlungsabläufen überhaupt besteht. Und die nimmt man ja auch für sich selber an. Also in Phänomenen versucht man das wahrzunehmen und in sich selbst scheint man das wahrzunehmen. Ich war mal ein Kind, jetzt bin ich erwachsen und so weiter und so fort und das ist doch eine eindeutige Handlung. Ich nehme das Glas. Also das ist vollkommen ohne jetzt große Anhaftung, das ist erstmal eine neutrale Schlussfolgerung von mir. Aber was dieses Ich genau ist, was dieses Glas genau ist, wie die alle zusammengekommen sind, dieses unglaubliche Komplexwerk an Ursachen, Wurzel, Geflecht, das sehe ich dabei nicht. Sondern ich habe jetzt diesen Vorgang so rausgepickt, der enorm viel komplizierter ist, als er eigentlich ist. Mein Gehirn macht das so, das muss es ja machen. Es filtert auch aus vielen, vielen Geräuschen Stimmen raus und so weiter. Also wir strukturieren mit unserem Gehirn die Wirklichkeit schon in enormer Weise. Das wäre alles nicht so schlimm, wenn wir das nicht in der Weise tun, die uns unglücklich macht und die uns Unglück bringt und die uns Vergänglichkeit bringt und die uns mit Ängsten vollstopft und so weiter. Und aus dieser Situation will man ja rauskommen. Jetzt haben wir es schon ganz schön spät. Jetzt müssen wir mal zu einem Ende kommen sozusagen. Und das ist doch die Sadhanas, da sind wir ja. Die Sadhanas? Okay. Steht im... Na gut, dann hören wir jetzt mit den Sadhanas auf. Okay. Was ist ein Sadhana? Also da wären wir ja beim Thema Tantra. Wofür braucht man ein Sadhana? Also der Aufbau von Sadhanas, wird man feststellen, ist eigentlich immer gleich. Also die Essenz ist immer gleich. Also ich muss ein bisschen lachen, weil man ein berühmter Tibetologe ist mal zu einem ganz großen Meister hingegangen und hat so ganz untertänig gefragt, wo ist denn der Unterschied zwischen dem orangenen Manjushri und dem weißen Manjushri? Und der Meister guckt ihn an. Das ist wie bei den Gummibärchen. Die einen mögen lieber den gelben und die anderen mögen lieber den weißen. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Also man darf das Ganze nicht zu ernst nehmen und es ist auch nicht so gedacht. Wichtig ist, alle diese Tankas, die wir hier sehen, hätten auch ein Sadhana passend dazu oder sogar mehrere. Wer hat diese Sadhanas überhaupt mal verfasst? Also da gibt es ganz unterschiedliche. Die meisten sind von erleuchteten Meistern mal irgendwann verfasst worden oder spontane Eingebungen oder manche sagen auch, das haben ihnen die Dakinis, die Kahn-Dromas so vorgesungen und so weiter und so fort. So was ist natürlich eventuell auch mystisches Sprechen. Also im Grunde bei vielen Sadhanas, die ich schon übersetzt habe, die sind so kryptisch, die setzen schon voraus, dass man den Ablauf eigentlich kennt. Es ist immer der gleiche Ablauf. Der Mensch, der das Sadhana praktiziert, soll sein gewöhnliches Ich-Bild vollkommen auflösen. Ich habe es ja schon gesagt, Tantra sorgt dafür, dass man viel schneller dieses falsche Ich-Bewusstsein auflöst. Und das macht man, indem man diese Anhaftung an dieses Selbstbild, was man mit sich rumschleppt, in Leerheit auflöst, was ja der Realität entspricht. Wenn ich tot bin, dann löst sich mein Körper völlig auf. Ich löse mich, also meine Bestandteile lösen sich im Raum auf. Es bleibt ja nur mein Geisteskontinuum übrig. Wie in dieser schönen Anhaftung am Selbstbild wird vollkommen aufgelöst. Das soll vollkommen aufgelöst werden, genau. Indem man sich eben in das, was man Leerheit nennt, auflöst. Es ist nicht so, dass dieses Ich, so wie es jetzt hier ist, sich in Manjushri verwandelt oder sowas in der Art, sondern man löst sich erst mal auf. So ist der Vorgang. Man kriegt erst mal in seinen Geist dabei ein Bewusstsein für die Durchlässigkeit und Transparenz dessen, was man jetzt eigentlich ist. Dieser komische Wassersack an Körper, den man hier mit sich rumschleppt, der ist grobstofflich. Das heißt, den kann man verbrennen, den kann man zusammenhauen oder was weiß ich nicht noch. Der ist eh total vergänglich und löst sich auf. Aber was bleibt, ist ja das Geisteskontinuum. Das ja auch zu einer Art Manjushri werden kann, das zu einem Buddha werden kann. Das ist ja so. Okay. Eine Haftung an Selbstbildnis wird vollkommen aufgelöst, indem man sich in Leerheit auflöst. Ach so, indem man sich in Leerheit. Okay. Ja. Der nächste Schritt ist dann, dass man sich meistens visualisiert, dass da ein Lotus ist. Das ist sozusagen, man schafft erst mal eine Basis. Man stellt sich im Raum einen Lotus vor, je nach Emanation, in die man sich da reinversetzen will. Da gibt es unterschiedliche Farben. Die Friedvollen kriegen meistens einen schönen weißen Lotus und manche Zornvollen haben dann eben ganz bunte, glühenden, feurigen Rottönen und so weiter und so fort. Hochkomplexe Symbolik, die auch noch auf was anderes anspielt. Darauf erscheint dann wie so ein kuscheliges, knuffeliges Satinkissen eine Mondscheibe. Die ist sozusagen die nächste Unterlage. Darauf dann, wenn es eine zornvolle Emanation ist, auch noch eine Sonnenscheibe. Aber meistens belässt man es bei den Friedvollen, bei der Mondscheibe. Warum? Was sollen die da? Warum legt man da den Mond drauf, um sich draufzusetzen? Das hat etwas mit den Vorstellungen davon zu tun, wie unsere feinstofflichen Kanäle hier verteilt sind im Körper. Mit dem der, und das ist dann wirklich geheim, der fortgeschrittene Praktizierende, der arbeitet ja mit diesen Energieflüssen in seinem Körper. Und die bearbeitet er gedanklich. Aber so auf der anfänglichen Stufe hat man jetzt nur erst mal die Symbolik da und stellt sich so ein kühles Mondkissen vor, wie so eine Mondstrahlung, die ja nicht so heiß ist wie die Sonne, sondern die eher als kühl. Der Mond hat auch den Beinamen der Kaltstrahler sozusagen, also so im indischen Raum, weil der eben nicht so heiß glüht, sondern eher kühl in der Tropennacht empfunden wird. Das sind ja alles indische Symbole. Darauf entsteht dann meistens eine Keimsilbe, die man sich vorzustellen hat. Die stellt man sich da als Buchstaben vor, aber eigentlich geht es auch um den Klang, den das Ding hat. Also bei Avanukiteshvara ist es dann Shri. Das ist dann im indischen, ja in Sanskrit nur so ein Einzelsilbenzeichen. Wir müssten uns das ganze Wort hinsetzen, wenn wir es mit lateinischer Schrift machen. Das kann man machen, wie man will. Da wäre es jetzt auch kein Problem. Da ist es Tamm. Genau, das ist grüne Silbe Tamm. Meistens haben die auch eine Farbe, die mit dem Element in Verbindung stehen oder mit der Weisheit aus dem Jinnamandala. Und wichtig ist, dass dieser Einweihungstext, der vorschreibt, was man sich wann wie wo visualisieren soll, der soll ja eine Hilfe sein, dass man die einzelnen Schritte im Geist auch geht. Also viele Leute können sich das einfach nicht merken, was sie jetzt als nächstes machen sollen, sondern du kriegst da eigentlich, es ist eine Art Drehbuch für den Film, den du dir jetzt im inneren Auge abspielen sollst. Genau so ist das. Du spulst dir einen Film ab. Und die sind auch manchmal dann mit netten Details geschmückt, also die man noch dazu visualisieren soll, die das Bild noch anreichern. Und es ist ja jetzt so, dass wenn du die Einweihung erhalten hast in die Gottheit des Sadhanas, dann wirst du selber dich hervorbringen müssen aus dieser selbe Shri als jetzt zum Beispiel Avalokiteshvara. Oder Ostharschri. Ostham, dann als grüne Tara. Dann wird halt beschrieben, wie die aussieht. Das hat man ja auch nicht immer so parat. Wenn man Glück hat, hat man auch noch einen Tanker. Dann sieht man das auch mal, wie das so vorzustellen ist. Und da sind dann alle Schönheitsmerkmale Indiens irgendwie aufgeführt. Wie die Sitzhaltung ist, wie die Kleidung sein soll, welche Attribute da sind. Und bei der Tara eben diese blaue Wasserlilie, dieser blaue Lotus, den sie hat und so weiter. Das hat alles eine tiefere symbolische Bedeutung. Über die sollte man dann auch mal nachlesen. Aber der Werdegang ist, dass man als nächstes als ein ganz anderer erscheint, als man vorher war. Das Selbstbild ist aufgegeben. Man ist jetzt quasi in dieser Erscheinung als leuchtende Sambhogakaya-Buddha-Lichtgestalt vorhanden. Und muss vor allem, das ist das Wichtigste dabei, göttlichen Stolz entwickeln. Also selbst wenn man das mit der Visualisierung nie so richtig hinkriegt, weil man einfach die Konzentration nicht so hundertprozentig aufbringt und das ja auch erst mal üben muss. Dafür ist es ja auch da, dass man das da anhand des Saddamas übt. Wichtig ist, das, was man göttlichen Stolz nennt, zu entwickeln. Das ist nicht so ein Stolz, ich bin besser als alle anderen, sondern ein Selbstbewusstsein der Göttlichkeit in sich entwickelt. Und das ist kein eingebildetes Selbstbewusstsein, sondern das kann man haben, weil alle Lebewesen die Buddha-Natur haben. Also man hat die zwar noch nicht entwickelt, aber die Anlage dazu ist da und besteht in dem, was man das natürliche Nirvana nennt, nämlich in der Grundnatur, wie der Geist beschaffen ist. Als Beispiel könnte man sagen, Wasser hat die Natur kristallklar und wunderschön zu sein. Einfach alles kann man dadurch sehen und es ist flüssig und rein und so weiter und so fort. Und selbst wenn ich da jetzt Dreck reinkippe, den Dreck kann ich auch wieder rauskriegen, aber die Natur, die Grundnatur des Wassers ist eben diese Reinheit und diese Klarheit. Und genau das Gleiche nimmt man als Beispiel eben für den Geist. Der ist zwar im Moment verdunkelt und getrübt, aber seine eigentliche Natur ist von Liebe gekennzeichnet, von spontan erscheinender Liebe. Also der besteht quasi da draus, diese Geistnatur und von dieser luminiszenten, leuchtkräftigen Erkenntnisfähigkeit. Das ist die Grundnatur des Geistes. Und mit der wird dann Buddhaschaft realisiert. Und weil die eben immer da ist, kann man sich überhaupt als so eine Gottheit ungestraft hervorbringen, denn das ist ja das Endziel. Irgendwann wächst man da ja rein. Man beschleunigt sozusagen den Weg durch Vorwegnahme. Man schafft schon mal die Kanäle im Geist dafür und übt damit. Das kann natürlich zu Missverständnissen führen, wenn man nicht Mahayana-Motivation hat, das wirklich zum Wohl aller zu tun. Also nicht in irgendeinen Quatsch zu fallen oder das als Zauberpraxis oder sowas anzusehen. Man muss wissen, was man da tut und warum man das tut. Das ist so eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung dafür. Wenn man das dann eine Weile gemacht hat, also diese Hervorbringung hat, versucht man die zu halten. Meistens sind auch so Schritte da und dann wird das Ganze wieder aufgelöst. Die nächsten Schritte im Sadhana sind ja immer die, dass man dann meistens, hat man um sich herum, auch bei den komplexeren Figuren, ein Mandala und sich inmitten des Mandalas visualisiert, je nachdem, was der Text vorschreibt. Und dann ist es eben so, dass diese äußeren Bereiche des Mandalas, meistens die Städten der Wiedergeburt, die nicht zum erleuchteten Palast gehören, die lösen sich auf und schmelzen ein in die Wände des Palastes, in dem man sitzt. Und die Wände des Palastes, die schmelzen ein in die umgebenden Gottheiten. Und die umgebenden Gottheiten schmelzen ein in die Hauptgottheit, die man jetzt selber ist. Und die löst sich genauso auf wie am Anfang. Und dann gibt es unterschiedliche Folgen. Manche bringen sich dann noch mal als Regenbogenkörper hervor und schmelzen sich dann noch mal ein. Aber dieser Vorgang des sich erst mal aufschmelzens, also sich selber auflösens, dann sich hervorbringend in dieser Gestaltung aus der Keimsilbe dann in die Gottheit. Das Mandala drumherum hat man entweder vorher oder direkt mittenbei visualisiert. Und dann dieses unglaubliche Weltgebilde, diesen Kosmos der Erleuchtung, dieses Wunderland, was man aufgebaut hat, wieder in Leerheit aufzulösen. Das ist bei allen Sadanas der gleiche Vorgang. Egal, welche Emanation es ist, das sind dann die Gummibärchen. Aber was dabei wichtig ist, warum darf man so etwas nicht ohne Einweihung machen? Wobei bei der grünen Tara und auch bei Schenresik, und das sagt eigentlich auch jeder, den ich gefragt habe, jeder Lehrer hat gesagt, man darf das durchaus ohne, also vor allem für die friedlichen Gottheiten. Wie soll man denn überhaupt wissen, ob man eine Einweihung in diese Gottheit haben? will, wenn man sie nicht praktiziert hat? Man muss sie auch erst mal kennenlernen, um sie einzubinden. Man spaziert ja nicht einfach. Also visualisieren vor sich, das darf man bei denen allen. Also du darfst die alle vor dir visualisieren, aber dich selbst hervorbringen als die Gottheit, das darf man, sollte man nicht ohne Einweihung machen. Weißt du, ich muss dir ehrlich sagen, ich mache die grünen Tara seit Jahren, die gaben mich noch nie. Also ich meine, ich habe auch schon was weiß ich, wie viele Einweihungen, in die mindestens vier oder fünf oder so. Aber ich habe mich noch nie, oder vielleicht ein ganz klein bisschen inzwischen, nach jahrelangem Üben, habe ich mich ein ganz kleines bisschen schon als grüne Tara vorstellen können, in einem ganz kleinen Augenblick. Also es ist sowieso schwer, finde ich total schwer, sich als die Gottheit dann davor zu stellen. Ja, ja, also dass das nicht einfach ist, das ist schon so. Aber der Zweck der Übung ist ja eigentlich genau das, dass man eben das praktizieren will und nicht um selber grüne Tara jetzt für sich zu werden, weil das schön ist, sondern weil man scharf ist auf die Kräfte, mit denen man anderen wirklich helfen kann. Ja, wobei die Lehrer aber auch sagen, dass man dadurch, und das haben mehrere Lehrer auch schon gesagt, dadurch, dass man auch die Gottheit lobt, indem man jedes Mal, wenn man jemand anderen lobt, kommt etwas davon zurück, was das Selbstlob auch stärkt. Und wenn man eine Gottheit lobt, die braucht eigentlich kein Lob. Das heißt, das ganze Lob kommt in mich rein. Also natürlich sehr raffiniert. Nein, das ist nicht raffiniert, das ist so. Das ist wirklich so. Das ist so. Also das ist nicht raffiniert. Das ist schon fast brachmanisches Denken, möchte man mal sagen. Also da ist natürlich was Wahres dran. Nein, das ist ja immer relativ. Also das ist ja, du sagst jetzt, ist so. Nein, ich meine, sagen ist gut, ich bin ja nicht, ich wiederhole ja nur, was die Lehrer sagen. ne? Ja, ja, ich meine, Geshe Gyalten, der neulich mal da war, der hat ja gesagt, das Falscheste, was man eben eigentlich machen kann, ist zu glauben, aber für viele ist das eine Hilfe und tut ihnen auch gut, dass da irgendwo so eine Art Buddha rumschwebt, der irgendwie dem einen was Nettes gibt und dem anderen nicht. Also das wäre falsch. Also man kann das schnell so annehmen, weil das ja auch so plastisch rüberkommt. Aber die sind ja nicht parteiisch. Also die geben allen alles. Also die würden einem alles in jeder Form geben. Da muss man gucken. Also gerade wofür die Taha steht. Aber man wächst ja rein. Also man muss sich da Zeit lassen, das zu verstehen. Das kann man am Anfang auch gar nicht so ohne weiteres. Aber wichtig ist, da kann nie etwas Negatives von kommen. Das ist auf gar keinen Fall. Aber wir sind jetzt kurz hängengeblieben bei dem Thema. Praxis ohne Einweihung zu machen. Genau. Und du sagtest jetzt eben gerade bei zordervollen Gottheiten auf gar keinen Fall. Sagtest du, ne? Ja, ja, ja. Und welche Gefahren siehst du da drin? Es geht nicht darum, was ich da drin sehe, sondern was immer so gesagt wird. Sagen wir es mal so. Wann immer man so eine Einweihung von einem Lama genommen hat, man spürt ja auch was dabei. Also du hängst dich in eine Übertragungslinie rein. Du gehst auch Verpflichtungen damit ein. Und also meistens gibt es ja Samayas, die man zu halten hat. Also diese Verpflichtungen. Und das muss man schon sehr ernst nehmen. Die Hauptsorge ist eigentlich, dass diese Praktiken durch falsche Anwendungen degenerieren und dann irgendwann niemandem mehr was nützen. Das ist die Hauptgefahr da dran eigentlich. Oder dass jemand, also dass Medizin zu Gift wird. Also dass jemand, die mit der falschen Motivation praktiziert und sie ihm eher schaden, weil sie eher sein Ego boosten und eher seine Anhaftung an sich selbst noch vergrößern und seine falschen Vorstellungen von sich selbst in noch drastischerer Form steigern. Also das wäre dann, wenn er nicht wirklich bereit dafür wäre. Und das sehen natürlich auch Lamas, ob jemand bereit ist für solche Einweihungen oder nicht. Und deshalb geben die die ja nicht unbedingt immer so ohne weiteres jedem. Oder aber sie sehen, naja, da ist eh so Hopfen und Malz, vollkommen lebende Kapp. Vielleicht gibt es wenigstens ein paar gute karmische Anlagen dadurch oder so was. In der Art Schaden kann es ihm jetzt nichts oder so. Also ich habe bisher, bisher habe ich nur eins erlebt. Also ich habe noch nie erlebt, dass ein Lama gesagt hat zu irgendjemandem, nee, das habe ich noch nie erlebt, dass er sagte so, jetzt, du gehst bitte mal raus, ich sehe es dir anders, ich bin nicht geeignet. Das ist das Einzige von dem, was ich gehört habe, von Schimertrix, dass er mal gesagt hat, dein Ego ist mir ein bisschen sehr groß, jetzt zick mal dahin in die Ecke. Aber ich habe noch nie gehört, dass er jemanden mal rausgeschmissen hätte von der Aktion von der Einweihung. Milarepa wurde zigmal rausgeschmissen. Ein historisches Beispiel ist es jetzt, was du sagst. Ja, ja, aber warum wurde er rausgeschmissen? Bei den anderen, also wurde auch die Dagmema, die Frau von Martha, seinem Lehrer, gesagt hat, wieso gibt er dir diese Einweihung nicht? Jeden Dödel, der da kommt, gibt er diese Einweihung, aber dir gibt er sie nicht. Ich verstehe ihn nicht, ich verstehe ihn nicht. Und das war der Grund, weil eigentlich Milarepa, der Einzige war, der würdig genug gewesen wäre, sie zu empfangen, also der wirklich ein geeignetes Gefäß dafür gewesen wäre. Also wie gesagt, die, die sie kriegen, ohne wirklich dafür bereit zu sein, denen schadet es jetzt nichts so großartig im Allgemeinen, dann kriegen sie sie auch. Also wenn einer eh schon völlig geistesgestört ist oder sowas, dann sollte man das nicht machen, aber das würden sie auch nicht machen, also davon mal ab. Bei den anderen, mein Gott, ja, denen kann es jetzt nicht so großartig schaden. Also es sind keine Zaubermächte, die da am Werk sind, sondern es geht wirklich um Reifegrade in puncto dessen, was du ja auch gefragt hattest, wie kann ich den Vorhang lüften, wie komme ich dahinter, wie kann ich wirklich diese Ich-Anhaftung, die ist schwer loszuwerden. Also in jeder Faser, alles dessen, was wir tun, werden wir diese Ich-Anhaftung als ein ständiges, sich perpetuierendes, inneres Räderwerk überhaupt nicht los. Die wirklich, die setzt sich immer wieder von alleine vor. Die ist wie Krebs so ungefähr und die sorgt für so viel Ärger und für so viel Leid. Also das ist das Ding und die ist so schwer zu beseitigen und deshalb sind, Tantra so wirkliche, so wirkungsvolle Hilfen, weil sie auf eine drastische Art und Weise davon befreien und vor allem auch, weil ab bestimmten Punkten, und das lernen sie nämlich nicht jedem Dödel, man bestimmte subtile Manipulationen durch bestimmte yogische Techniken an sich vornimmt. Und das, also eine Einwahlung erteilen sie dann noch, aber die hintergehenden Praktiken, die erteilen sie nicht jedem. Also die lehren sie nicht jedem. Die sind nach wie vor sehr geheim. Also die kriegen wir hier nicht gelehrt. Nicht ohne weiteres. Nicht jeder. Manche schon wahrscheinlich, aber nicht allgemein. Das würde dann immer hinter verborenen Tügen. Also diesen Segen und das Ritual wird für alle gemacht, aber die anschließenden, eigentlich weiterführenden Praktiken, die werden nicht allen gesagt. Also da kann man mal von ausgehen. Und die sollte man eben wirklich nicht ohne Praxis und nicht ohne Kontrolle durch einen erfahrenen Meister machen, weil, also gerade solche bestimmten Pranayama-Atemübungen, da gibt es eine ganze Reihe, die können auch wirklich dein ganzes physisches System durcheinander bringen, wenn man die nicht unter Kontrolle von einem, der sich da auskennt, macht. Also insofern kann das tückisch sein. Also das muss ja ein längeres Retreat auch sein. Ja, na klar. Das ist eine Lebensaufgabe. Also das ist nichts für uns mal eben ein paar Tage ins Retreat gehen oder sowas, sondern das sind dann die, die zwölf Jahre ins Retreat gehen. So wie Chödin Rinpoche, der 19 Jahre in Retreat war und so weiter und so fort. Also das sind schon andere Schwierigkeitsgrade, die die dann meistern. Aber wie gesagt, die Sadhanas sind eben sinnvoll, weil die wie so ein Leitfaden sind, was man wann zu tun hat, wie man es visualisieren soll. Ohne das wüsste man es ja nicht. Also dann hat man einfach so ein Handbuch dafür, welche Schritte jetzt eins nach dem anderen zu machen. Das ist eigentlich ein Buddha-Feld, weil es ist ja, kommt ja auch in der Quintara Herbeirufung des Buddha-Feldes. Was ist eigentlich ein Buddha-Feld? In jeder Mandala-Darbringung bringt man ja quasi das Universum da dem vorgestellten Buddha-Feld oder nachdem man sich dieses Ding selber als Buddha-Feld vorgestellt hat. Also eigentlich ist es sozusagen die reine Sichtweise und Existenzweise eines Buddhas, das ist das Buddha-Feld. Also es ist jetzt nicht irgendein lustiger Ort im Universum, wo man dann mit dem Raumschiff hinfliegt und dann ist man im Buddha-Feld oder so, sondern es ist die erleuchtete Sphäre des Geistes, die ist das Buddha-Feld. Und die verwandelt alles um einen herum in einen reinen Bereich. Also ein Buddha hat nicht mehr die Wahrnehmung zwischen rein und unrein oder so etwas. Alles, was er sieht, ist, wie es in den Prajna-Paramita-Texten heißt, rein von Anbeginn an. Also Reinheit ist auch nur ein Konzept, davon mal ab. Und im Grunde ist damit auch nichts anderes als diese subtile, klare, luminiszente, erkenntnishafte Grundnatur des Geistes gemeint. Wahre, mein Gott. Leuchtende. Das klingt so, als ob es in einer Matrix adaptiert worden ist. Ja, ja. Es ist viel älter, die Matrix hat es adaptiert. Ich meine nicht, deswegen, da sind ja die ganzen Nächste, sind da drunter. Nur dann irgendwie die Realisierung halt. Herbeirufung des Buddha-Feldes, wie, 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 also ich weiß, es ist im Text so richtig nicht auswendig natürlich, aber da kommt der an einer Stelle vor, Herbeirufung des Buddha-Feldes, und dann rufe ich diese, eine klare Sichtweise, Existenzweise eines Buddhas dabei. Genau, du stellst dir quasi bildhaft vor, das, was auch real existiert in deinem Geist, was du aber noch nicht sehen kannst, das stellst du dir jetzt in Bildern vor. Du stellst dir diese wunderbaren, leuchtenden Buddhas vor, auf wunderbaren Lotussen sitzen, auf den Mondscheiben sitzen, die füllen den ganzen Raum um dich an, mit Licht und Buntheit und Farben und so weiter, mit Reinheit, dem, was du mit Reinheit verbindest, und damit schaffst du ja automatisch einen bestimmten Geisteszustand in dir, der wunderbar licht und klar ist. Also, wenn man eigentlich diese sieben Zweige, die wir am Anfang dargebracht haben, normalerweise, bevor man eine Belehrung beginnt, macht man die sehr ausführlich unter Tibetern. Und ein Bestandteil davon ist auch, dass man den Buddhas ein Bad anbietet. Also, dass man sich vorstellt, dass man die einschäumt, und dass man die, na, man stellt sich das viel, dass man so einen Spa, den sozusagen angedeihen lässt. Und wenn die dann am Schluss so beduftet und geschrubbt und wunderbar abgetrocknet, also bei Shantideva steht das ja sehr schön im Rudi Chaya Vatara, was man sich da so vorzustellen hat. Warum? Nicht, weil die dringend ein Bad bräuchten oder sowas in der Art, oder weil es einfach angenehm ist. Im Geist, wenn man das sich vorstellt, dieses Frische, dieses Reine, dieses Wunderbare, schafft das Gleiche einen ganz hellen, lichten Geist. Zustand. Und nichts anderes ist es im Grunde mit dem Buddha-Feld nur noch mal potenzierter. Also es soll dir helfen, die brauchen es nicht. Und wenn man sich das so vorstellt, ist das einfach eine ganz hilfreiche und wunderbare Vorstellung. Das ist ja auch, die brauchen es nicht. Die brauchen es natürlich nicht. Die brauchen auch noch kein Lohn. Genau habe ich das. Genau. Na gut, jetzt ist es wahrscheinlich schon ziemlich spät, oder? Ja, spät. Es ist sehr spät. Es ist 10 vor 10. Na gut, dann können wir das ja mal irgendwann weitermachen. Es ist ja ein endloser Ritt heute gewesen durch viele Punkte, aber ich hoffe, es hat euch was gebracht. Ja, ich hoffe, Vielen Dank.